Das, das war mein Kindheitsspiel, Jungs. Okay, krass. Ey, ich hab grad gesehen, das Spiel kam 99, 2000. Oder wie ist das? Wann kam's raus? Also da stand unten bei den Credits 99 und 2000. Ja, dann kommt das Plus, Minus sogar hin. Äh, ja. Das sind dann übrigens die Geburtsjahre von David und mir. Ah, krass, Alter. Wie 50 Boomer sagen würden, da war ich noch flüssig. So, warte mal, ich kopier das jetzt. Ist gut. So, okay, Jungs, ähm, ihr seid auch im Game jetzt, ne? Ja. Na, sicher. So, warte mal, das ist doch so sexy, maxi. Bro, diese Musik ist so laut, ey. Warte, das Spiel spielst du nicht im Home-Menü? Die Musik, die dröhnt schon ordentlich, ne? Ist jemand von euch im Home-Menü? Warte. Ja, ich aus Versehen, warte. So, Chat. Wie komm ich da wieder raus, Digga? Zack. Ah, jetzt, okay, alles wieder gut. Okay. Na gut. Sorry. Äh, Jungs, was wollt ihr für ein... Was wollt ihr... Es gibt halt verschiedene Level, ne? Seid ihr eher so die Piraten? Oder seid ihr eher so die Western-Jungs? Was am meisten Nostalgie bei dir hervorruft. Was hat's noch oben? Oh, kribbelst am meisten. Genau. Ja, aber die sind, die sind, äh, Level 2 und 3, die sind krasser. Aha. Aber die meisten Nostalgie-Flashbacks... In Western. Western oder Piraten? Wow, wo sollen die Piraten? Piraten schon. Machen wir Piraten, oder? Ja, also Real Talk Western hätte ich jetzt nicht gefühlt. Okay. Okay. Aber ich hätt's akzeptiert. Let's go, Pirata! So, Digga, ich esse jetzt mal meine kalte Pizza. Lass sie dir schmecken, Digi. Übrigens, das können wir... Lass mal das schnell wegschieben, Bro. Schieb das mal ein bisschen nach hinten. So. Meinst du, das ist hübsch? Jungs, glönt euch die Musik. Man sieht auf jeden Fall mehr vom Gameplay. Ja, ist super. So ist gut. Ja, alles super. Ah, ich weiß, ich finde... Nein, Nebe, das ist so gut so. Perfekt geil. Ich glaube, die Cam müssten wir auch noch ein bisschen verschieben. Ich glaube, David und Dingens sehen mich gar nicht. Ah, okay. Ja, nur so halb. Also, wenn die Cam so ein bisschen nach links könnte, wäre das richtig geil. Ah, warte. Ja, jetzt, jetzt. Gut. Warte, äh... Komm, ja... Komm zu dir, ich komm zu mir. Ja, komm ein bisschen zu mir, warte. Joke, wie geil das ist. Wie geil das ist technisch. Junge, ehrlich, ja, ey. Ja, warte, warte, warte. Nein, bro, komm näher. Ja, Bruder. Ja, Bruder, ich komm ja. Diese scheiß Cam, Junge. Warte. Warte, warte. Ich mach das manuell jetzt. Machst du das manuell oder automatisch? Ja. Ah, ja, jetzt. Tipptopp. So, so sieht's gut aus. So sieht's sehr gut aus. Jetzt perfekt. Ich sehe die Auto. Okay. Also, jetzt müssen wir... Hier vier Spieler. Boah. Bin jetzt weiter... Aber passt das so? Oder musst du runtergucken? Den nimmst du? Ich, ähm, sehe jetzt auch bei dir auf jeden Fall. Geil. Ähm... Ich hab den durchgekommen genommen. Boah, ich bin so safe Peach. Äh... Weil ich bin auch im echten Leben eine Peach. Jünger, egal, du bist Peach. Ey, komm, ganz ehrlich, dann nehmen wir doch hier einfach mal warten. Keiner. Dann hast du ihn auch. Ich mag da was. Mario? Oder Wario? Mario. Hä? Mario. Mario. Wollen wir 20 Minuten? 20 Minuten? Runden, Runden sind das. Ah, Runden? Ja. Boah, Degg. Mit den Minuten ist ein Trugschluss. Mit Bonus. Ja, hundertprozentig. Ihr macht das schon. Ohne Bonus ist cringe. Geil. Junge, reingeh. Ey, Sefi wird uns so rasieren, ey. Ey, der ist... Für den Spiel, ich sehe es schon. Alter, ist das der Trailer zu GTA 6? Bam. Okay, irgendwer muss synchronisieren. Füll diesmal... Ahoi, Freunde, da wären wir. Das hier ist das Piratenland. Die kleine Tropeninsel, auf der wir uns befinden, ist ein beliebtes Ziel vieler schatzsuchender Piraten. Auch ihr seid Piraten und streift auf der Suche nach Beute über die Insel. Eure wichtigste Aufgabe ist es... Oh, nein. Das ist Bowser. Seit wann ist das denn unser Gegner? Captain Bowser auszustechen... Einmal haben wir schon. ...um Erzrivalen zu finden. Wer siegt Bowser, um die Superhelden im Piratenland zu werden? Alle Mann an Deck. Setz die Segel. Doch, bevor wir beginnen, müssen wir noch die Startreihenfolge ermitteln. Ah, okay. Ja, sauber. David, du musst springen. Nein, die Verbindung ist gerade so schnell. Sorry, sorry. Oh, Warno. Okay. Jetzt nicht, nicht wieder. Sorry. Spider, let's go. Wer war Wario? Und ich? Wieso? Fucker? Ja, und? So. Oh. Aber nicht alles im Casino ausgeben, Freunde. Okay. Der Toad sieht so cursed aus. Ja. So, der erste Stern befindet sich hier. Bla, bla, bla. 20 Münzen. Bla, bla, bla. Baby Bowser, Unwesen, bla, bla, bla. Pass aber im Geldbeutel auf. Wer ist da umgekommen? Na. Mit die. Äh, Krabu ist da umgekommen. Warte. Ah, okay. Entsprechend zu seiner Real-Life-Form. Sehr gut. Genau so. Here we go. Du musst würfeln, Bro. Ah, ich muss würfeln. Ja. Zack. Zack. Mit drei Münzen kann man gut arbeiten. Ja, ja. Als du reingedrückt hast, er hofft, dass es besser wird, das Ergebnis. Bam. Ich kann es sehen, wenn es ein Stern. Oh, wir sind zusammen in 15 Münzen. Stark. Oha, Mario. Oh, nicht so stark. Ja, minus fünf. Boah, Digga. Die Bank hat mich wieder... Aber bloß drei, Junge, das darfst du nicht vergessen. Die Bank hat mich wieder abgezogen. Oh, das waren die Steuern. Das waren die Steuern. Ich wollte es jetzt sagen, die Bankgebühren. Nein. Oh, was ist das? Wohin, Spiele. Oh, wir wollen spielen. Let's go. Fässer aus. Merkt ihr, wo sich das von der Überschalte befindet und zerschmettert das Fahrrad? Ah, okay, okay. Also merkt ihr das, ne? Ich merke mir das. Du musst dir das merken. Ja. Das ist fast, gell? Muss ich jetzt drücken was? Eigentlich schocken, oder? Ich drücke. Das ist nur für dich das Spiel. Ah, jetzt. Perfekt. Easy. Ich glaube, das ist nur das. Ja, nur viel. Ja. Ja. Weißt du, was du holen willst? Ich, ey, äh, ja, safe. Nein. Hast du die überhaupt was gemerkt? Ja, eins hab ich mir gemerkt. Verfolgst du das immer noch? Ja. Das geht noch, das geht noch. Okay. Chat, ist die Lautstärke gut? Ganz links oben ist der Pilz, Bruder. Ist der Pilz gut? Ich hab mir das hier gemerkt. Pass auf, zack. Joa. Sieht gut aus, ein goldener Pilz. Ich hab den normalen Pilz gemeint. Ist der gut, der goldene Pilz? Ist der gut? Ja, Bro, ist ein goldener Pilz. Ja, ist cool. Das ist so, als ob du auf der Straße ein Goldbacken findest und fragst, ist der gut. Sehr gut. Das stimmt. Ingen könnte ein bisschen lauter. Okay. Okay, let's go. Fruchtkorb. Fruchtkorb, sehr gut. Okay. So, jetzt wird es Zeit ein bisschen zu rasieren. Was? Das kennt man aus dem neueren Mario Party. Also ich. Das springt unter den Block, menge Früchte einzusammeln. Okay. Ja, da muss man jetzt ein bisschen Mathematik raushauen. Mathematik. Richtig. Das ist ein richtiges Hohenschon-Spiel, Digga. Ja, echt? Ja. Du kannst einen richtig hopsen nehmen. Ja. Also was passiert denn? Du darfst nicht die Bienen, die Honigwaren einsammeln. Ja. Und du nimmst immer so viel weg, wie du würfelst. Mhm. Also du kannst einen bewusst rauswerfen. Das ist voll fies und so. Okay, jetzt gleich, jetzt gleich wird der erste Hops genommen, ne? Ja, so blöd, ey. David oder Steakie würde ich sagen. Ja, ich darf jetzt schon mal keine zwei haben. Ja, super. Geil. Ciao, Phil. Ja, macht's gut. Oh, Junge, das ist ja, das kann man ja. Direkt aus der Friendless wieder streichen. Hab ich den abgehend nicht bekommen? Ja, Bro, du bist raus. Ja, raus komplett. Ja, du bist vierter jetzt. Okay. Okay. Krass. Du hast verkackt, als ob du daneben geschissen hättest. Also ich bin Peach. Bist du auch. Und Peach, Junge. Das auch. Ja, das hat ja voll viel mit Glück zu tun, das Spiel. Ja, Dicker. Aber übel. Willkommen bei Mario Party. Hier ist nichts fair, Bro. Ich dachte, wir sind jetzt hier so Skiller und so, aber nee. Nein, du Ficker. Du Arsch. Ey, Dicker, sorry, ne? Ja, du bist echt. Du trägst an. Also, Krabu, wie lange? Ey, Krabu. Okay. Aber jetzt muss ich rechnen, Digga. Ja, rechne mal. Gibt es denn eine Strategie? Halt dich von den Bienen fern. Das ist sehr smart, tatsächlich, ja. So. Ja, kann die je Hops nehmen. Egal, so oder so. Egal, was er macht. Egal, was er macht. David nimmt alle Hops. Ich kann nur noch den Scheiß-Bien-Scheiß sein. Es ist so blöd, ey. Es ist so blöd. Digga, Bier hat uns alle gelockt. Okay, David. Ja, aber ich kann damit leben, tatsächlich. Ehrlich, ja? Kannst du das? Gut. Okay, Donkey Kong ist wieder am Start. Und jetzt mal jetzt ein paar Steuern zahlen. Ich hab meine Münzen gekriegt aus der Bank. Er bekommt einfach meine Münzen. Wenn du auf der Bank landest, dann kriegst du die Münzen. Wenn du dran vorbeigehst, dann musst du die zahlen. Ah, also wenn du direkt draufkommst, dann kriegst du. Und wenn du noch weitergehen würdest... Er hat sich jetzt meine Münzen gesnackt. Und es kann sein... Nein, Sieger. Boah, zwei Münzen, so wenig. Bro, weil ich jetzt gerade die Steuern zahlen musste. Ja, ja, das war's, Diggi. Ja, let's go. Sonst kann man sich den kaufen. Ein Pilz oder ein Skelettschlüssel? Was ist das? Ja, Pilz. Wieso Pilz? Ein Skelettschlüssel klingt so, weiß ich nicht, unspektakulär. Was bringt der Pilz schon wieder? Kannst du noch einen Würfel nehmen, zum Würfeln. Ja. Voila, ich zeig euch. Mit neun Münzen kaufe ich den Stern. Oder auch nicht. Okay, äh, warte. Ich hab nicht mal Geld für den Shop, Digga. Oh Mann. Erstmal einen Kredit aufnehmen. Ja, guck mal. Ah, mit Skelettschlüssel kannst du auf die geheime Pirateninsel. Ist sie geheim? Die ist geheim. Geheim. Die ist wie der Fight Club, aber du darfst darüber eigentlich nicht reden. Panzerschlacht. Oh, jetzt gibt's Krieg. Hm. Jetzt gibt's Krieg. Was macht man da? Panzerschlacht. In dieser Cooper-Panzerschlacht kämpft jeder gegen jeden. Wird ein Spieler zweimal getroffen. Okay. Okay, okay. Äh, wie, wie sind die Regeln? Mein Rohr, mein Rohr ist ja Originalgröße, Digga. Mach schnell ab. Wie konntest du dich drehen? Oh. Warum hab ich ein Rohr? Junge, guck dir das an. Okay. Seid ihr ready? Ich will dir nichts sagen, aber die Peach kommt direkt aus Thailand, ne? Warte, warte, Krabu, jetzt aber. Geil, Leute, geil. Digga, wie steuert man das denn? Ich denke, indem du einfach fährst. Ist ja ultraarsch, diese Steuerung. Digga, ey, Junge, Krabu, was soll ich? Krabu! Oh, Mann! Haha, Junge. Oh, mein Gott, nein! Ja, weg mit dir! Nein, bitte! Junge, das ist so lächerlich hier. Ja, was ist die, Jungs? Wie ist die? Junge, was ist das? Hey! Digga. Ich habe einfach die Peach von hinten einfach weggefallen. Junge, weißt du, du kamst aus dem Nichts. Du bist ja voll auf mich draufgeräckt. Oh, Scheide, ich meine das. Krabu, hör auf, was soll das? Oh, Digga. Er hat genau 20 Jahre. Oh, ist das eine Rotze. Junge, er carried uns richtig. Egal, Bro, glaub mir. Man kann in dem Spiel Sterne stillen. Ich bin nah ausgerastet, den Probelauf. Die haben ja alle die Sterne geklaut, die Drecks-MVCs. Im Probelauf? Ah, schön. Ja, ich musste ja die zweite Halbdiel. Ja, ich musste ja off-screen wieder üben, Digga. Sonst habe ich ja gar keine Chance gegen euch. Ja, 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 so ein Ding. Er hat dieses, er hat dieses, ähm, die Eins-Spiel hat er. Pitch, ho starto. David? Achso, ich bin Peach. Ich musste nebenbei auch Schüler-VZ chatten. Du kannst auf B drücken, dann kannst du den Würfel wählen. Mit dem Pilz. Geil. Ja, ich muss erst Miesen farmen. Ja. Bah, Digga. Oi. Nein! Was passiert jetzt? Ereignisfeld. Oh nein, guck mal, der hat. Oh shit. Fängst, Alter. Wie ich da ab anpacken kann. Digga, das kann doch nicht sein, oder? Nee, wir sind zum Start gestickt worden. Ja. Jo, sauber. Alles klar. Jetzt gibt's Ärger. Und es kommt noch härter. Es kommt noch härter. Junge, es waren wieder fünf Münze. Was das denn für eine Todesbahn? Junge. Rieße, Bruder. Du hast richtig, Junge. Leute, ich hab noch niemandem was getan. Aber du hast gar nichts, Digga. Die können dich gar nicht bestrafen. Du hast ja nichts. Die können mir doch mal in Händen klauen. Bro, du hast noch eine funktionierende Niere. Du kannst 100 Sterne kriegen. Ja, super, okay. Und, okay. Nimm. Ja, aber der 100-Sterne-Bowser, der ist fake. Wenn du da drauf kommst, haut er ab. Junge, Jungs, Jungs, ich bin richtig gut dabei. Ey, ich komm wieder. Da köst nicht, war das ein Spaß? Oh, Junge. Ja, weißt du nicht? Irgendwie meinst du das Spiel nicht gut mit mir? Ja, aber du hast nur Hinsen. Oh, mit wem bin ich jetzt? Oh, 2 gegen 2. Drei-Sinen-Wahnsinn. Okay. Was ist das? Alles 5. Was muss man hier machen? Wie ist die Steuerung? Wir müssen, glaube ich, einfach nur drücken. Und links und rechts und so. Okay. Ah, okay, okay. In die Kurven legen dann immer, ne? Ja. Okay, let's go. Was muss man drücken? Einfach nur das Schöderkreuz, glaube ich. Ah, im Rhythmus, David, im Rhythmus. Im Rhythmus, ich drück einfach. Ja, einfach drücken, glaube ich. Ah, ja, dann. Oh nein, nicht zu schnell. Wir dürfen nicht zu schnell sein. Ja, direkt. Wir dürfen nicht zu schnell sein. Krabu, Krabu, Krabu. Okay, mit Gefühl, okay? Okay. Oh nein, die Arme. Oh Gott. Maximal Speed, Bruder. Silvio, Alter. Let's go. Hä, die Gant ist ja... Bro, ich hab voll Axie aus den Kurven zufrieden. Nein, oh mein Gott. Lenk dagegen, Bruder. Gib gar nichts. Man kann dagegen lenken. Warum sagt mir das denn keiner? Lenk auch ein bisschen. Ja, ich leck jetzt auch. Was leckst du? Ja, lecken tu ich auch, ja. Oh mein Gott. Wer ist jetzt zu... Hä? Wer hat denn? Sie haben uns besiegt, Bruder. Wir waren einen Meter vor euch. Sefi. Das war ja Foto-Finish. Sefi. Liebe geht raus. Das war ja Foto-Finish. Ich seh euch nicht mehr. Wo seid ihr? Ja, hier. Hey, gerade in dem Moment des Dingens ausgegangen. Die Camps raus. Weiß ich nicht. Jetzt guck ich mir mal an. Hast die Camps... Habt ihr keinen Akku mehr drin, oder wie? Nee, ist ein Dauer-Akku. Vielleicht zu warm? Zu warm. Ja, ja. Kann auch sein. Puste mal ein bisschen. Soll ich? Ja. Dann safe zu machen. Trotzdem haben Sefi und ich gewonnen. Ja. Freu mich doch. Gibt es noch Pizza, Bruder? Nee, nee. Ja, warum nicht? Nimm doch. Bro, ich habe gerade eine gegessen. Eine ganze. Soll ich mir Ansgar holen? Ja, Scheiß. Keine Ahnung, was da ist. Ich brauche deine Hilfe. Ja, Freunde, kurz Unterbrechung auf jeden Fall. Natürlich mal wieder technischer Natur. Sefi, Krabbo, meine Schönen. Was geht eigentlich bei euch? Hä? Oh, der Arme. Dann haut nicht, Digga. Dann haut nicht. Ich wollte euch gerade meine Liebe gestehen, Junge. Oh, Digga, du bist auch gefickt. Zack, weg mit dir. Nein, ich wollte das Mikro... Okay. Like und abonniert für mehr. Geil. Okay, David ist dran. Geil, let's go. Junge, Sefi hat sie die Jahre nicht gesehen. Ja? Geil, eine ganze Eins. Junge, Leute, jetzt hole ich mir den Stern. Ich weiß doch noch nicht mit... Du grabst schon ein bisschen nach, oder? Junge! Du kannst das Eisen kaufen. Ah, nee, du hast keine Münzen. Doch, er hat zehn. Super, ja. Ja, aber ich glaube, es ist so teuer. Ein Münzen reicht noch. 13. Also 13. Ja, guck mal, noch besser. Platt, aber ich sag's. Geil. So, was haben wir hier? Der Platten, der Plattenstörer, redet sich ohne Pause, auch wenn ein ganz schönes... Habt euch die Not umzugewinnen. Okay. Wir müssen einfach springen. Und die Not ist das. Los geht's. Äh, gibt's hier irgendwo Steuerung? Das ist ja zum Kotzen. Du kannst Practice einstellen, also, dass du quasi üben kannst einmal. Aber... Ja, ist wack. Dann brauchen wir halt doppelt so viel Zeit, ne? Ja, ja. Ja, die Steuerung ist so vertaut. Ja, ja. Hä, was ist das? Wow. Junge, was ist das denn für ein Rotz-Game? Das geht nur drei Sekunden. Nein, das ist Skill gewesen. Oh nein. Die Steuerung ist auch wieder auf. Verkehrt rum, Jungs. Das ist der Trick. Guck mal, warum ich... Ich darf nicht auf den Tisch hauen. Keine Speicherkarte. Was? Warte, warte, warte. Wie klein das Problem. Er hat jetzt, jetzt wieder. Ich darf auf den Tisch hauen. Er ist wieder da. Er ist wieder da. Okay, David muss würfeln. Okay. Bro, ich hab null Münzen, ne? Nikolas, danke fürs Junge. Junge, was ist das denn? Nur Einsen, oder was? Ich hab ne zwei gewünscht. Wir haben hier in der Schulzeit, Junge. Du hast schon wieder eins. Was ist mit diesem Spiel? Oh, die Wartzeiten. Komm, Jungs, ich werd... Ich werd... Ich, komm. Das waren fünf Einsen nacheinander. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Digga, die Brücke des Todes, Junge. Du bist drei gegen Wario. Du bist drei gegen Wario. Wie winnen? Wie winnen, wir drei gegen Wario. Tipptopp. Ist es eins gegen drei? Ja, er muss uns jetzt irgendwie füttern, oder was? Nein, ich bin alleine. Ich weiß doch gar nicht. Ey, dürfen wir mal anmerken, wie gruselig diese Pinguine aussehen? Ja, das ist echt krass. Warte, gruselig ist drei gegen Wario. Nein, Pinguine rennen. Ich weiß nicht. Ich glaub, das ist so ein Staffellauf-Ding. Krabu, David und ich müssen uns gegenseitig den Fisch geben und rennen. Und Stiggy auch? Und Stiggy muss einfach nur Vollgas rennen. Echt jetzt? Quasi rennen. Alles klar. Let's go. Okay. Deswegen heißt es Pinguine, Digga. Das ist egal, Mann. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Was muss ich tun, Digga? Renn, renn mit A. Renn, renn, renn. Vollgas. Renn, 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 renn. Achso, Mann. Die Steuerung. Gib ihm. Komm zu mir. Gib mir den Fisch. Gib mir den Fisch. Ich geh auf Beach. Mach, mach. Jawohl, gib mir den Fisch. Ich hab alles getan, was ich konnte los, Mario. Oh, Leute. Was ist das für eine Steuerung, Digga? Ich lauf nur gegen dich. Also du nirgst wogegenlaufen. Bruder, gib Gummi. Ja, wir verlieren, Digga. Los, weg hier. Er ist ja ultra-pink. Ja, Leute. Leute, ich mach die weg. Bro, komm jetzt. Schau mal, wo ich war. Ich hab schneller... Bro. Leute, jetzt gleich hole ich mir den Stern. Was haltet ihr davon? Er ist der einzige, der nicht am Anfang ist, Alter. Halt er schon mit zwei. Okay, sie steigern sich. Ah, jetzt kannst du das mit dem Fässer machen. Die Goldkiste am besten, oder? Die Goldkiste? Ja, cool. Ja, nice, nice. Es gibt zwei Items, die sind Gold. Die Kiste ist keine davon, Digga. Aber die Kiste ist sicher oben, oder? Kann ich mal einen Goldpilz benutzen? Was macht der? Er muss wahrscheinlich rögen. Auf dem Rechenbogen. Kann's halt mehr Fäder laufen. Oh, perfekt. Weiß halt nicht. Der Schlüssel. Was ist noch der Schlüssel? Bro. Also rechts oben ist der Gold. Links, Vertrau. Vertrau mir, Krabu. Ja, ich weiß jetzt, ja, ich weiß welchen. Da ist der goldene Schlüssel. Ja, ich glaube, ich nehme den hier. Ich nehme den hier. Nee, hinten links. Zack. Die Truhe? Ja. Die Truhe? Okay, was ist denn der Truhe? Joghurt. Joghurt ist drin. Ah, ein Pilz, oder was? Keine Ahnung. Warum ist das mit dem Joghurt? Die drei heiligen Könige kommt nicht besitzen, Junge. Was ist mit dem Joghurt, Jungs? Oh, schön. Zack, die drei. Ja, geil, Junge. Progress. Ey, ihr habt alle Pilze, Jungs. Das wisst ihr schon. Ja, aber ich will ja nicht auf der Brücke landen. Wir haben alle die Pilze, das wisst. Ohne neun, was ist los? Stark. Oh, wieder fünf abbezahlt. Degg, diese Scheißbank, Alter. Oh nein. Jetzt musst du einfach nochmal fünf bezahlen. Bruh, what the fuck, Alter. Die Map wird so ausgeglichen. Oh? Alter. Was gibt's? Was geht ab? Warum die Hetze, Digga? Was? Ach, aber warte mal. Er bringt dich irgendwo hin. Jungs, ich hab schon immer gesagt. Ich bin... Ey. Heimel. Nein, nein, nein. Das ist die drei, Bruder. Nein, ey. Ich wollte eigentlich da lang. Verkackt. Nee, warte. Kannst du nochmal von der Brücke geschmissen werden? So, Items. B. Wobbala. Huch. Einsetzen. Einsetzen, Digga. Ah, let's go. Was nützt der Goldpilz? Das werden wir sehen. Ah, guck mal. Boah. Komm, 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 komm. Ah, du kannst jetzt dreimal Würfel. Was? Stark. Zack, Jungs. Das ist mal, junge Marathon. Let's go. Boah. Warte, wie kann ich die Karte aufmachen? Geh ich direkt nach oben? Passieren. Ja, Karte sehen. Karte sehen. Da ganz unten. Der Highest Rapper. Ah, okay, okay, okay. Warte, aber kann ich nur, ich kann nur nach rechts damit. Ja, du musst unten. Ich meine oben. Oh, moin. So, da muss ich jetzt aber lang. Kannst du eine Münze zahlen? Ich glaub, der wird immer teurer. Echt? Ich glaub, der wird immer teurer oder so. Ja, ja. Ihr seht, wie sagt das nicht. Uuuh. Oh, Digga, das zweite Mal. Phil ist schon wieder auf dem Bowser-Feld gelandet. Junge, zum zweiten Mal. Was ist los? Uh, 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 uh. Sternendienststahl. Sternendienststahl. Komm, den hol ich mir. Oh, oh. Leute, was passiert? Nach dieser Runde wird sich bohren so zu spüren. Okay, alles klar. Ich glaube, was passiert jetzt? Ja, klaut ihr alles. Klaut ihr Sterne, klaut ihr alles. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ich bin Käpt'n Bowser, der gefürchteste Pirat, der Siegwelt. Lachen. Oh, 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 oh. Was Eltern, Eltern, Eltern und Plündern, das sind meine Hobbys. Und wer sich von mir in den Weg stellt, springt über die Planke oder wird Kiel geholt? Pirat-Sprache. Okay. Ja, dann sicher die Zehen. Hä? Was passiert jetzt? Ich weiß nicht, ich glaube, der holt mich jetzt. Die verlieren alles, glaube ich, ne? Ich glaube, der holt mich jetzt. Der hat ja nach Wister, Junge. Junge ist gerade einfach Texas Chainsaw Massaker. Digga, der holt... Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Wenn das nicht Käpt'n Mario ist, gib mir all deine Münzen. Ja, Bruder. Der klaut mir alle meine Münzen. Der war so. Oh mein Gott, Silvi. Nein, Alter, hast du Glück gehabt? Silvi. Ey, das war... Das hat wirklich gelöst, Bruder. Digga, ich habe zwei Minigames gewonnen. Ich hatte 45 Münzen, Digga. Junge. Silvi. Die haben einfach alles weggenommen. Oh, ich bin schon wieder alleine. Ja, muss, ne? Mit dem Dreidelsangstuhl lasst die, äh... Spielen im Dreidelsangstuhl. Okay, okay, okay. Warte. Also müssen wir einfach Münzen einsammeln. Münzen einsammeln, ja. Ja, let's go. Boah, ich mag solche Minispiele nicht, wo man so individuell... Jungs, das hat manchmal abgehackt bei uns. Ich weiß nicht, warum. Bei ihr auch teilweise, wenn ihr zu laut seid. Hä? Hä? Du kannst drehen, du kannst drehen, Bruder. Oh mein Gott, ich dachte, ich bin Donkey Kong, Digga. Ich hab die ganze Zeit auf dich geguckt. Digga, wie viele Münzen hab ich verdient? Zwei? Drei? Ui, läuft. Ey, das... Ja, Leute... Digga, du kriegst ja 5 Millionen Münzen. Alter, was ist das? Ey, wo kommt die... Wo kommt die Hunde weg? Bro, ich drehe hier mal... Hä? Digga. Oh nee. Ich bekomme jetzt 33 Münzen, oder was? Ey, save nicht, Digga. Yo, Digga, 58, Leute. Das sind gute Zeiten. Das sind gute Zeiten. Digga, Stiggy hat mir meine kompletten Münzen geklaut und hat jetzt 58 Münzen, Alter. Jungs. Ey, ich hab gesagt, ich komm wieder. Ja, ich war nie weg. Junge, die Camp. Warte doch mal, warte doch mal, bitte. Jungs, guck dir die Camp. Warte. So, Peach. Der Tisch hat wieder zu stark vibriert. Ey, ich bin dran. Leute, bei mir rennt. Bei mir läuft nicht, bei mir rennt. So, item einsetzen. Wie setze ich meine... Ah, einsetzen. Kann man nur ein Item haben? Ja. Ich glaube. Nur diese Hand, guckst du dir an, wie cursed die ist. Digga, dieses gesamte Game ist einfach gut. Geil, ne 2, gib mir noch ne 2. Ui. Okay. Boah, ich muss das nächste Mal auf die Welt. Ey, ich kann dir was leiden, Digga. Boah, Digga, landet er auf Pause? Oh, shit. Ne. Ah, ne. Okay, okay, okay. Oh, Wunderkost. Ne, danke, ich hab kein Geld. Du hättest ja auch... Ich kann immer auch was leiden. Danke, danke, es ist nett von dir. Ah. Ja, perfekt, Jungs. Oh, geil. Jetzt kannst du auch ein Item holen. Wunderlampe, Wunderlampe. Oh. Die Hand, die Hand. Weißt du, was die Hand macht? Was macht die Hand? Ich sag's dir nicht. Ja. Ach, egal, was die Hand macht. Ist doch egal. Weißt du, warum, dass ich dir nicht sag, was die Hand macht? Warum? Weil sie stehlt. Weil sie sterben stehlt. Okay, dann sag's mir besser nicht. Weißt du, wo die Hand ist? Ne. Hier wird reingetrieben. Von Nikolas. Die Hand macht Freude. Was ist das denn? Das ist die Glocke, Digga. Das ist die Sexklingel. Wenn ich die klingel, wenn ich die klingel, dann kommen die ganzen Piratinnen an, Alter. Piratinnen. So, wollen wir mal gucken, was haben wir denn für einen Spielraum hier? Machen wir eine Eins, schade. Kannst du auch noch Nein drücken? 20, tatsache. Hätte ich mir auch mehr holen können? Nee, nur ein. Direkt auf die Nummer Eins der Type. Einen Stern und fast 40 Münzen, ey. Habt ihr an mich geglaubt damals, als ich keinen Money auf dem Konto hatte? Nee. Ich glaube auch nicht. Ja, auf Steilvorlage, Digga. Ich hab eine Münze. Ja, dann musst du jetzt schnell Geld verdienen. Ich kenne da Möglichkeiten. Boah, ich dachte schon wieder. Ah, alle gegen alle. Okay. Fahnenhöhre-Wahre. Was ist das denn? Äh, boah. Er hebt die Flagge in der Farbe, die euch der Scheigei vorgibt, dass mir das Spiel ist beendet, wenn nur noch ein Spieler übrig ist. Ach, Digga, wir sind schon wieder die Steuerung. Ja, wahrscheinlich A und B, ne? Ja, aber woher weiß ich, was was ist? Ah, nein, B! Ja, ist das ein Drecks, Junge, dieses gesamte Game ist so kacke. Wo soll ich, wie soll ich denn beim ersten Mal Spiel checken, dass da A und B drauf ist? Ich wollte auch testen, Bro. Ja, ich auch. Sehr viel, wir sind wieder die Lone Survivor. Und das geht jetzt wie lange? Ja, so lange, bis jemand von euch verkackt? Ich werde verkackt. Nein! Hä, wie? Hä, ich hab doch... Die Reichen werden immer reicher. Digga. Egal, weiter. Also, die haben jetzt schon wieder 50 Münzen, ne? 51, Junge. Das ist so ein Schmutzspiel. Ja, Mann. Wie kann man denn das damals mit der Familie gespielt haben? Da gab's ordentlich Ärger. Was macht die Kiste? Da ist, äh... LOL. Hä? Marius, Alter, oh! Hä? Oh, danke. Warum? Was ist das denn einzig, genau? Digga, was ist das denn? Alter, was ist das mit euch? Das benutze ich jetzt. Ich find's so geil, sobald jemand von euch lauter redet, dann hören wir es nicht mehr. Immer nur so kleine Schnipsel. Das ist ja schul, NG1H. Was machen die Schmutzspiel? Ey, ne, ohne Scheiße, zu wegleid. Ich wusste gar nicht. Was hat denn die... Was hat denn der Geist gemacht? Keine Ahnung. Ich hatte keine Münzen. Ah, mit dem Geist kannst du die Sachen schälen. Ah. Oh, nee. Was ist jetzt schon? Nein, ey. Digga, ich werde niemals vorankommen. Warum muss ich leiden, wenn jemand... Ja, weil du auch auf der Brücke bist. Oh, no! Ich bin gut gegangen. Junge, ist das ein Dreckspiel. Du besitzt keine zwei Münzen, Digga. Ich kann nicht mal... Ich kann nicht mal durch. Oh, Mann. Bro, f*** mich nicht, Alter. Ey, Leute. Was macht ihr hier mit mir in dem Spiel, ey? Ey, du, du, du... Ey, jetzt fängt das wieder an. Oh, zwei gegen zwei. Ah, nee. Wieder vier Player Game. Okay, so. Was machen wir jetzt für ein Drecks Game, was ich auch anheblich checke? Tiefseebergung. Okay. Okay. Das ist ein Bonusspiel. Sammeln mit euren U-Booten die Münzen ein. Okay. Okay, okay. Let's go. Let's go. Let's go. Ich kann diesmal zwei Münzen einsammeln. Und steuere ich den Bums? Hä? Ey, wie steuert man denn? Ach, du musst mir einmal auf A-D. A nach oben. Ey. Nein, der Geld sagt ja. Runter kommst du aber nur, wenn du nix drückst. Digga! Ja, ja. Das ist so ein Schmutz. Junge, wie ich immer von den Bomben getroffen werde instant. Oh, Junge, ja, Digga. Alter, 19-19-Straße. Ich habe reingeballert. Geil. Digga, red nicht mit mir. Oh, das Leben ist schön. Auf jeden Fall. Let's go, DK. Wo ist der Stern? Unten, ne? Ja. Unten, ja, ja. Ich fühle mich, als wäre ich von der Straße aufgenommen und ausgespuckt worden, Anna. Von der Skyline zum Bordstein. Oh, das ist, glaube ich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ach. Oh, nein. Ja, guck mal. Ridge, bitch. Junge, seht ihr, da bist du wieder. Digga, das ist fast so viel, wie mir Bowser weggenommen hat der hier. Fast. Aller, Stigi hat einfach... Mein Gott. 64. Ja. Disco-König. Alle gegen Sefi. Oh, ja. Alle gegen Sefi. Jungs, ihr habt keine Chance. Okay. Ich sage euch, wie es ist. Der Disco-König, wenn ihr wüsstet, wer der Disco-König ist, aber. Ja. Merkt euch die Bewegungen des Vortänzers und tanzt sie nach. Bleibt wenigstens ein Spieler stehen, verliert der Vortänzer. Ja, das ist keine Chance, Bruder. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich tanze. Ah. Okay. Huh. Äh. Nein. Huh? Nach oben. Warte, ich habe das... Habe ich gemacht? Oh. Der Disco-König. Wir haben alle verkackt. Leute, ich komme zurück. Wir haben alles verkackt. Wie Boomerange. Wie Boomerange. Ja, äh, Sefi, herzlichen Glückwunsch. Sehr geil. Oh, ich habe was im Auge. Breh. Was wie? Wie Niederlage. Ja, ich merke schon. Junge, das ist nicht gerade ernsthaft passiert, oder? Cool, eine Vier. Ja, geil. Digga, kein Problem. Es ist eh nur ich wieder, der wegwumst wird vom Bowser. Ich love it. Bro, ich bin nicht einmal über die Brücke gekommen. Nein. Das ist ein Bastard, Alter. Das ist fake. Das ist fake. Das ist ein richtiger Scheiß. Der schummelt, Digga. Nein. Er ist geflohen. Junge, er ist wie mein Vater. Er verspricht dir 10.000 Euro im Fleet. Digga, ich habe das noch nie gesehen, Digga. Ich bin schön, wirklich. Willst du jetzt ein Einzelkauf? Mach mal, was hast du da? Oh, Duellhandschuhe. Tschüss. Ah, da kannst du jemanden duellieren und ihm die ganzen Münzen klauen. Ich kaufe dir Duell. Ich habe keine Ahnung, was der macht. Ah, jetzt kannst du Duellhandschuhe einsetzen und einfach gegen Stiegi kämpfen, oder was? Boah. Ich bin schon wieder auf der Brücke, Leute. Auf der legendären. Habe ich Items? Ich glaube nicht, ne? Ne. Ja, Junge. Digga, du hast 71 Münzen. Ich würde, ich weiß nicht. Zapduster. Zapduster. Was soll ich mit den 71 Münzen denn machen? Ah, da muss man sich auf die Fresse auch mit dem Hammer. Oh, nee. Okay. Einfach auf die Fresse hauen mit dem Hammer und es ist halt dunkel. Ein bisschen. Wir müssen wegrennen. Digga, ich sehe ja nichts. Ich sehe ja nichts. Ich sehe ja nichts. Hier, Kapu, Payback, Digga. Payback. Ach so, ich sehe es, mein Liebesmann. Oh, Mann, Mann. Stiegi direkt? Oh, Mann, Mann. Oh mein Gott, wo ist er wohl? Mann, ich treffe doch nix. Ich treffe nix. Ja. Nein, du? Mann, das kann ja nichts sein. Alter. Dude, bleib mal stehen so auf. Zauert. Keine Chance, Bro. Keine Chance. Mann, ich lebe ca. Ja. Das selbst David. Du hast richtig gut. Digga, David, hast dieses Spiel jetzt, Alter, ich sag's dir. Ey, aber um Fertig rein, das ist, glaube ich, auch echt ein schweres Spiel. Normalerweise bist du immer übel OP in diesen Games, wenn du eins gegen drei machst, aber das ist, glaube ich, übel schwierig als einziger. Ja, das ist echt schwer, ohne Scheiß. Boah, das war gerade so ein Arschkrampf. Digga. Boah. Jetzt soll das ein zweiter Stern. Wo kommt der nächste? Das ist wichtig. Zwei Sterne, Krabu. Ja. Ja. Stark. Das ist echt strong. Oh, das ist der nächste. Hey. Oh, nee, das ist ganz da oben, ne? Ja. Ist das auf der ersten Insel? Ja. Egal, ich sammle mehr Geld. Ich sag nur, man muss zwei Brücken überqueren für den Lachs. Stark. Über sieben Brücken musst du hin. Und jetzt kriegt er noch ein Item, ey. Junge, dieses Spiel. Ich glaube, ich hole mir den Schlüssel. Oder den Pilz. Oder das hier, das hier will ich. Was ist das? Ja, wahrscheinlich ein random Item. Aha. Was ist das denn? Oh. Ey, ich hole mir was zu drinken. Mach es, mach es. Krabu, ganz hinten links. Echt? Nee, ich glaube, Krabu weiß schon, was er tut. Okay. Vertrau. Das wäre ein Pilz gewesen. Ist das dieses random Item, oder was? Ja, ja, ich will das hier. Ja, ist doch cool. Ich wollte das mal ausprobieren. Ist wie bei Mario Kart. Ja, ist doch sehr gut. Oh, Peach. 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 Peaches. Peach is peaches. So, David. Ah, schön. Ach, ich bin dran. Ja. Bam. Cool. Oh, ich bin dran. Item kaufen. Ein Schuh, Wollpilz. Aber nehm mal den Füß. Mit dem Skelettschlüssel hättest du die Türe aufmachen können. Hier vorne rechts und dann wärst du gar kein Stand gewesen. David, nein. Bro, ich weiß nicht, was auf dem Game. Oh, du Stern, du Bastard. Oh, mein Gott. Du Bastard, Alter. Hals, Maul. Hals, Maul. Digga, was seid ihr alles für Drecksäcke? Oh, nein, ey. Oh, mein Gott. Hat sich doch gelohnt, hier lang zu gehen. Ich kann sich für den Well-Handschuhe einsetzen. Was macht der? Ja, mach mal. Einsetzen, mach mal einsetzen. Und jetzt kannst du auswählen. Minispieler zum Duell heraus. Der Sieger erhält die zuvor gesetzten Münzen. Ah, krass. Bra. Okay. Ja, du kannst jemanden zum Duell auswählen. Ja, das ist ja voll schlecht. Du kannst ja 40. Ja, du kannst ja immer noch verlieren, Junge. Ja, aber. Oh, nee. Nein. Oh, Bro. Ach, Mann. Das ist so blöd. Boah, das kann doch nicht. Und da sind sie wieder. Nein. Here we go again. Digga, diese scheiß Brücke. Oh, Junge. Jetzt. Kauf dir die Skelettschlüssel. Yes, Mann. Jetzt hole ich ihn mir, Krabu. Nein. Jetzt kannst du dann gerade ausgehen und den Stern holen. Ey, Krabu, danke für die Tipps. Sehr gut. Ich hätte mir auch scheiß den Goldpilz geholt. Ja, ich bin das Tor. Okay, Kanoneninsel. Kanoneninsel. Aha. 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 Kanoneninsel? Die Schwebeinsel liegt unter schwerem Beschuss. Okay. Ah, okay. Überleben einfach. Ah, geil. Okay, let's go. Bewegen und springen, okay. Ja. Wie springt man? Mit A. Okay. Alter, was ist das für eine Insel? Das ist ja diese Bikini-Bottom-Insel. Einfach überleben. Survival of the fittest. Aue. 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 Jo, was? Ja, Digga. Digga. Na. Ja. Ja, ja, Digga. Ach, Leute, haltet alle eure Fresse, Alter. Ihr mit euren 5 Sternen, ey. Was hab ich schon wieder für ein Item? Das hier, ne? Ey, Sefi, ich weiß nicht, dass ich glaub's. Wetten, du stehlst mir jetzt 50 Münzen, Digga? Oh mein Gott. Du musst auch keine Nachzahlungen machen, Sefi. Hey, geil, danke. Ja, Bro. Ja. Was passiert? Ja, Krabu und ich haben Plätze getauscht. Richtig geil. Na, auf jeden Fall. Geil, guck mal, ich bin auch mal auf einer anderen Insel. Was geht hier? Der, das kann nicht sein. Egal, was ich mach, ich muss immer zahlen hier. Geil. 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 Ach, machen wir's noch. Okay. Äh, warte mal, was hab ich für'n Ding? Ach so, ja. Den scheiß Handschuh. Oh, Christian, ich auf jeden Fall auch. Here we go. Na, jetzt kann ich mich schön den Stern holen. Ja, folgt der Schlüssel. Ja, echt. Jetzt soll ich jetzt nach links gehen. Nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Krabu, das wusstest du, oder? Ich schwör, ich schwör's, ich wusste es nicht. Ich schwör's nicht. Krabu, schau mich an. Ey, das tut mir weh. Es tut mir sowas von leid. Ich wusste das nicht. Und wir verlieren alle noch Geld. Oh nein, ey. Girl. Ey, ich schwör's. Das ist ein richtiger Schock für mich. Ich bin geliebt. Was soll ich mit dem Geld? Ich dachte, du kannst so echt den Stern holen. For real. For real. Ey, ja. Ey, Mann. Das ist ja geisteskrank bitter, Junge, ey. So, was ist jetzt hier? Bringt die Ballons euren Kontrahenten mit den K***en an eurem Fahrzeug zum Zerplatzen. Okay. Geil, let's go. Das ist Practice, hab ich gedrückt. Practice? Ja. Endlich mal. Jawohl. Wie fahr ich die K***? Wie fahr ich, Mann? Hallo, hallo. Ich muss mit dem Joystick so nach vorn. Natürlich gewinn ich jetzt mal ne Runde. Das ist wahr. So ne K*** aber auch. Aber hey, wir wissen jetzt, wie's funktioniert, ne? Nein. Haben wir nicht Practice? Haben wir wieder Practice? Doch. Mach quit Practice. Mach quit Practice. Warum? Jungs, warte mal, bevor ihr drückt. Ich will einmal herausfinden, wie man richtig so... Okay, egal. Mach du jetzt mal. Na, ich mach jetzt. Okay, jetzt so. Ist das nicht Practice? Ne, das ist nicht Practice. Okay. Okay, ich hab Bock. So, muss das go? Same, ja? Ich will ganz nebenbleiben. Hau ab, hau ab, hau ab. Oh, Mann. Nein. Ihr müsst mich... Nein. Was ist mit euch? Digga, ich lasse mich mal den Runden nicht nehmen hier, Junge. Digga, was ist denn? Das kann doch nicht sein, 10 Sekunden! Nein! 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 Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Hey, aber richtig lustig! Alle genau gleich, einfach so am stehen, stehen geblieben! Am Anfang, ja! Oh shit, ey! Oh schon! Oh Leute, ey! Mein Gott, ey! Egal, David hat trotzdem Münzen bekommen! Hä, was denn jetzt schon wieder? Was jetzt schon wieder? Warum? Das war nur ein Dingens Game! Das war ein Game, weil er auf das Feld kam, jetzt kommt das Richtige! Ah! Okay, okay, ja! Sind wir jetzt in so einer Am... Spiel? Äh, äh, neu... Ja, das ist genau das... Oh! Oh! Also jetzt ist... Phil muss uns aufsammeln, glaube ich! Ja, genau! Und wir müssen uns ein bisschen bewegen und so, dass er uns nicht kriegt! Let's go! Let's go! Der snackt sich uns jetzt! Ja, wegrennen von mir oder so! Ja! Ah! Okay, okay! Geil! Wir können, glaube ich, nur springen! Start! Können wir springen? Bro, hä? Hä? Beweg dich! Beweg dich! Beweg dich! Kann ich überhaupt was machen? Hä? Was ist das denn? Ich bin gerade nur am Dancen! Bro! Ja, wir können nur das! Ah, du kannst nur wigglen, wenn er dich hat! Wiggle! Wiggle! Nein! Hallo! Ey! Sag mal, was ist das, Junge? Das ist... Du musst die Zeit nehmen, Phil! Oh, das geht nicht mehr, ne? Vielleicht! 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 Hat er's! Ahhhh! Scheiße! Ey, das war sehr spannend und sehr knapp auf jeden Fall! Hahaha! 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 Bruder, mach dir nichts draus! Das finde ich bei Mario Party so geil, so... Stern, es kann... Bro, wir haben die Hälfte nicht gehört! Was? Ja, warte, schade! Auf jeden Fall, so Mario Party, so... Es kann, äh... Hahaha! Er macht das extra, oder? Nein, ohne Scheiß nicht! Wie krass hört ihr uns denn nicht? Es stockt genau, wenn du sagst, das geile an Mario Party ist! Hahaha! Bro... Ja, ey, überlegt euch irgendwas! Überlegt euch irgendwas! Liegt das am Discord, oder woran liegt das? Keine Ahnung! Ich hab gedacht, du machst nen Joke oder so! Nein, ey, ohne Scheiß nicht! Erzähl mal, was ist das geile an Mario Party, Bro? Also, das geile an Mario Party ist... Oh nein! Boah! Hä, schon wieder? Schon wieder? Das hab ich jetzt verarscht, jetzt hab ich verarscht, aber ich meine... Hahaha! Nein, was ich ge... Ach, ich komm mit blöd vor jetzt! Hahaha! Erhört die nochmal, was ist das geile an Mario Party! Ey, das ist geile an Mario Party, ne? Weißt du dir, was ist das geile an Mario Party? Ja, erzähl's uns! Es ist völlig... Hahaha! Halt die Fresse! Hahaha! Bro, ist so'n Scheiß, oder? Halt die Fresse, erfarscht du's! Hahaha! Erfarscht du's? Nein, Jungs, 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 jetzt hab ich... Ich schreib das gleich ins Chat! Jungs, jetzt hab ich... ...muted nach dem... Endlich ab! Hahaha! Hahaha! Scheiße! Ey, er kann einen Stern stehlen! Was? Warte, ich kann? Ja! Du kannst einen Stern stehlen mit 50 Münzen! Was mach ich? Stern ist das... Ja, wo... Ja, oder? Ja, überleg aber von wem, ne? Ey, ja, erzähl... Könnt ihr... Könnt ihr mir einen Witz erzählen und so? Und der, der am geilsten funktioniert, den nehm ich den... Den nehm ich den verschoben... Überleg doch! Okay, okay, erzähl'n Witz! Erzähl'n Witz! Ja, von wem hast du jetzt abgezogen? Ja, von wem hast du jetzt abgezogen? Ja, von wem hast du jetzt abgezogen? Ich hatte nicht mal die Chancen, Witz zu erzählen, ne? Ja, von Krabu! Wir hätten uns betteln müssen! Ja! Sebi, wo ist dein Stern? Digga! Ich komm' nicht mal von der Insel weg! Ich fühl's! Geil! Ich geb' euch, ne? Ey, Jungs! Wisst ihr eigentlich, was das geil an Mario Party ist? Was denn? Na, und... Genau, deshalb... Und... Ja! Naja! Ihr versteht! So, was haben wir hier? Der Spieler in der Wanne muss den Bob... Reinwerfen! Glaub ich! Ne, der Spieler in der Wanne muss... Ja, aber ich bin draußen! Ah, okay! Ey, du bist drin! Achso! Achso, ich muss ausgleichen! Achso, ich muss ausgleichen! Jetzt hab' ich auch voll verschissen, Digga! Wie geht die Steuerung? Ey, werf mal nicht so brutal, okay? Hallo? Wie kann ich denn... Wie kann ich werfen? Hä? Achso! Achso! Was denn? Ich hab einfach getroffen, Digga! What the fuck, Alter! Ich hab einfach getroffen! Das ist ja unglaublich, Bro! Ja, aber ich hab die Steuerung überhaupt nicht gecheckt! Ich auch nicht! Ja, du musst es nachher zurückziehen und loslassen! Und ich hab einfach so über's rumgefummelt! Und ich hab einfach getroffen! Bro! Ja! Ja! Der Mann ist geschafft! Warum nimmst du das Müll-Item, Digga? Ach, oder? Weil ich dich duelliere! Ich duelliere dich im nächsten... Oh nein, Phil! Du hast zu sehr auf den Tisch geklappt! Oh! Oh! Das kannst du mir nicht erzählen, dass das so empfindlich ist, Grabe! Jasmin, danke für 31 Minuten! Ey, würfel mal für mich! Ja! Oh! Oh mein Gott! Ich bin auf dem Bauer wegklanget! Oh mein Gott! Jedes Mal! What the fuck? Digga, ich hab jetzt schon Angst! Jetzt gleich geht's, ich brauche wieder selbstständig und geh zu Sefi! So, 10.000 Münzen bitte wieder! Oh, nein! 20 Münzen! Okay! Okay! Ja, schön! ja das ist schön ist fast wie ein knöllchen wenn man falsch parkt echt ok leute hin zu mir mario wenn ich jetzt nach unten gehe warte ich habe noch zwei felder 1 2 dann lande ich auf dem grün right aber hier unten ist ja gar nicht hier unten ist ja eh nix dann landest du auch offen ich würde passieren aber du musst nicht auf mich hören weil ich bin der mit jetzt hast du 82 münzen sehr viel das ist natürlich schon sehr dicker denn wenn wie viele münzen ich hätte wenn ich nicht von bowser weggeklappt worden wir die merken wie im mädchen dragons ach stimmt ich bin immer noch auf dieser insel wieder bruder hockey-duel klingt cool nach von der verrückte holzfälle knopf bis dir der finger blutet das muss man tun einfach nur anrücken einfach nur segen gleichmäßig aber okay mit wem bin ich in meinem team du bist wie sie viel mal wieder wir rasieren wieder grabo diesmal ist unsere runde payback ab 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 abne ich bin ah ich bin b 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 a b b a b b a b b a b a b a das war knapp geschafft ja mann das war knapp okay ja das war wirklich knapp aber wir haben unser bestes gegeben und so spiel ich jetzt fordere ich ja nächstes mal nämlich den großen affen und nicht den kleinen italiener ja selber wo es war kann kommen vor dass du jetzt nicht zu einem duelle raus obwohl ich quasi von allen gefickt wurde oder wie man was 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 das mit dem stern dass das ist echt nicht so gemeint gewesen war drücke a und b sowie den z trigger das ist einfach ja 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 ich weiß nicht was ist ja z ist das das ist ja z ist das dass z wo ist denn um das glaubt sehr mittel oder ne ich weiß nicht was Was ist Z? Z war das hier Was ist Z? Egal, oh ne Ihr Z Ihr Z wahrscheinlich die hier Keiner Abgezogen Hab ich dich jetzt Ja man, geil Abgezogen wie ein Pflaster Direkt wieder drei Münzen weg Trotzdem ist die Eins noch vor meinem Namen, so muss das sein Ja, ja Oh man It's me, Mario Weil ich hab ihm nur 24 24 Münzen geklaut, der hat mir den ganzen Stern geklaut Ja so Genau Aber du hast mir alle schöne Inhalte Weil ich zum Stern wollte Kann irgendjemand wirklich Darüber zu kommen? Und hast dich wirklich scammed? Digga, kann irgendjemand diese Brücke weghauen? Zack Ich krieg ne 10 Ich hab ja eh kein Geld, was soll ich machen? Und direkt auf die Brücke Alter Ey aber Butter bei den Fische Ich find Mario Party 2 Tausendmal unterhaltsamer Safe Du Es ist auch irgendwie witzig Weil es halt keiner unfair ist und so Und die Musee ist nice Ja es ist wirklich so Du bist richtig asozial das Spiel Ich fahr wieder alleine Ich fahr wieder alleine Versuche die bewegenden Ziele mit Kann ich mich bewegen? Achso, guck mal Ach kann man hier vorne im Menü schon David wir haben nur die Hälfte gehört was du gesagt hast Aber das ist doch scheiße Woran liegt das denn? Ja ich weiß es nicht Discord wahrscheinlich Geh nach rechts Geh nach rechts Ne ich meinte nur ob man im Hauptmenü schon die Steuerung Ich glaube nicht Nein Mann Bowser Junior du Hund Wir müssen nach rechts Oh mein Gott Hier links Oh Digga Links Hey Jungs das sieht gut aus Nach rechts Nach rechts Nein Sorry wir machen das Nach rechts Nach rechts Ja ok 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 Geil Ja Hier GG Ich hab Münzen bekommen Ja stimmt ich hab den Tod getroffen Aua die letzten 5 Runden Entspannend Warum bin ich Zweiter? Ja Digga weil du 1 Stern und 55 Münzen hast Was will er mir? Was war ne? Erzähl Münzen Hast du nicht genug? Juge du hast über 100 Münzen Die Mitleids Münzen Ja Digga aber Münzen bringen dir nix 100 über 100 Münzen Aber Mama ist nicht Ey Leute ihr müsst lesen was der kleine Drecksack sagt Und ich bin schon wieder am Anfang Ich bin nicht ansatzweise in der Nähe eines Sterns Ey hast du eigentlich schon mal die Insel die erste Insel verlassen? Ich glaub nicht alter Juge jetzt ist so ne Drecksmänner Ah jetzt werden alle Münzen und so verdoppelt übrigens ne? Ah echt? Ja ja deswegen hast du 6 bekommen gerade Ah Warte mal Item Einsetzen Ich hab die Chance über die Brücke zu Das wär krass Das wär ganz krass Zack Nö Digga Halt auf dein Maul Pst Komm schon Boah Und jetzt genau auf das Fragezeichen Fünf Uuuuhh Schwein gehabt Schwein Ey aber ähm Sind wir nur abgehackt am Mikrofon wenn wir laut reden oder ist das immer Ne auch wenn ihr auch jetzt gerade Gerade eben Ja es muss an Discord liegen wahrscheinlich TS let's go Warte ich mach mal Discord Ich guck mal was da Also kein Plan wenn ich Internetverbindungsprobleme hätte Würde mir das irgendwo angezeigt wahrscheinlich Oder wobei Ah ich hab ne Idee Vielleicht der Ausschlag bei euch oder so Yeah Äh Oh Gruseligste Minisch was noch steht oder so Ihr seid in Boohoo's Geisterhaus gefangen und müsst vor ihm mit euren Skateboards fliehen Ja okay das klingt cool ey let's go Kann man nicht lesen oder so? Okay Ja man kann die Steuerung bei den Regeln sehen wenn man den rechten Stick nach rechts drückt Ja Das müssen wir gleich mal aufspieren Ah das Hä Was? Hä? Was? Was? Wir sind alle hochgesprungen und alle in den Geist gesprungen weil wir dumm sind Ha 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 he 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 Ja wir haben im Spiel geskipped Haha wir sind alle gesprungen Die Hühner auf der Stange Wir sollten die Spiele mal ausprobieren teilweise, wenn sie von der Steuerung komplexer sind. Wer ist das? Achso. Donkey Kong, okay. Ein Warp-Block oder ein Goldpilz? Das kriegst du mit einem Warp-Block? Ah, es ist wieder dieser random Würfel. Weißt du, was das Problem war mit Discord? Keine Ahnung. Ich hab's mal umgestellt. Jetzt hören wir euch gut. Jetzt hören wir euch gut. Bisher gab's keine Abgaben. Wahrscheinlich war dieses Problem diese Eingabeempfindlichkeit. Das hab ich jetzt ausgemacht. Wisst ihr, was das bedeutet? Ich kann endlich erzählen, was das geil an Mario Party ist. Also erzähl uns, was das geil an Mario Party ist, Digga. Geil, okay, let's go. Ey! Nein! Das ist der erste Stern, den du dir kaufst, ne? Ja. Sehr stark. Ey! Ohne Zeit, ich fühl das. Dankeschön! Dankeschön! Endlich, ey! Boah! Digga, wann krieg ich den versteckten Sternenblock, ey? Immer mit der Ruhe, wenn du ganz fest daran glaubst. Oh, ganz unten links, okay. Oh, das ist natürlich auch weiterfähig, ne? Das sind schon drei Metern mindestens. Niemals sind. Oh! Ja, ist mir auch so egal. Okay. Ey, und grab uns wieder ein bisschen abgeschnitten in der Cam. Hä? Besser? Ne. Achso, ne, warte, hä, haben wir aus Versehen... Ja, ich glaub so ein bisschen nach links. Wie so Tiere im Zoo ran, bei denen in der Webkin. Geil! Warte, komm näher zu mir. Noch näher? So, mach, mach du... Schade, ja! Das ist so geil. Das ist schon, das ist cute. So, ist es so, passt, oder? So gut, so, 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 so. Ist sehr gut. Ja, halt, perfekt, Mashallah. Sehr viele Münzen willst du eigentlich noch sammeln. Ja, Digga, ich würd gerne mal den Stern kaufen, aber ich komm ja nicht hier... Ja, haltet, der Typ hortet das ganze Geld jetzt. Unten ist der Stern glaub ich mal. Ja, ja, ja. Nach unten, nach unten. Viel Teil da übrig, wie? Ah, da, okay. Ja, Digi, da ist aber ne Brücke, ne? Was, Brücke? für mich nicht für mich nicht achte gar nicht schon wieder wer ist der glückliche heute ich in der mitte bin ja oder doch jetzt gibt's fahrer für mami gibt mir das geld hast du möglichkeiten habe ich denn hier so einen fetten geld sagt wir schon schmecken würden wir schon stinken geil noch mehr münzen junge kann ich überhaupt irgendwas steuern ja du musst die ganze zeit steuerkreuze ach egal ach so ich kann die geschwindigkeit beeinflussen wie die hast du wie bei der gleich viel gesammelt das ist mega kacke der night bot ist so süß drei stuhr drei runden danke ja bitteschön was hat er gemacht wir haben plätze getauscht ist das gut ja ich weiß du hast mir schon zweimal ich meine reden können oder so der war lustig und so der ist ein bisschen zu spät an der stelle von 1 auf die 3 was los egal wann dabei sein ist alles von der skyline zum bord stein ich will schon wieder auf dieser scheißbrücke so was von abschlagen vergisst du bist er wieder zum geist gehen kann oder ein duell aber du hast mich wirklich weit von meinem thron geholt weißt du das dem stampfer wem von euch gelingt es am schnellsten sein tobenfall mit der stampfattacke wann mal jetzt probier mal irgendwie aber guck mal hier die steuerung was ist das hier unten links unten links unten linker bumper z ok ich spiele kontrollern aber das ist es ja 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 aber jetzt machen wir practice ja ist doch nicht verkehrt ist doch gut ja aber wie kann man denn hier schnell sein also okay 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 geiles game Eine Millisekunde, Bro. Habe ich null Münzen bekommen? Doch, zehn. Ah, okay. Ey, Leute, ich werde einfach Rillionär. Rillionär? 141 Münzen, aber Mama ist nicht stolz. Ich schwör's dir. Ey, wenn du... Digga. Geh einfach bitte nicht. Diese Brücke ist so riesig. Das ist die Todungbrücke. Ey, Sebi, pass bitte auf. Okay, okay. Ah. Okay, okay. Das kann nicht sein. Ey, Leute, sorry, das ist die größte Drecksmap. Das ist die größte Drecksmap, die ich ausgewählt habe. Die Western-Map ist viel besser, Alter. Aber ich... Aber Sebi, vielleicht kriegst du einen Bonus-Stern bepflegen am Ende. Ey, aber Sebi, die hat David nicht gefühlt, deswegen. Was für ein Minispiel-Duell. Oh, hier zwei gegeneinander. Zehn Münzen nur. Digga, halt doch dein Maul. Hä? Was muss man machen? Obendrauf steht, was du... Z, A, A, B, Z. Oh. Ah, das kann man spammen, oder was? Ja. Ach so, okay. Was kriege ich jetzt? Zehn Münzen. Du würdest ja mehr... Du würdest ja mehr wetten können. Oh, no, no, no. Hast du ihm noch zehn Münzen geklaut. Geil. Okay. Ah. Man weiß halt nie, ob man warten muss, bis die Buttons zurückgehen. Wie bei einem vorherigen Game gerade. Oder ob man da was sein kann. Ey, was soll das denn jetzt? Oh, das ist ultra weird. Der soll mich jetzt aber nicht von der Insel holen, ne? Zu spät. Der holt dich jetzt. Ne, will ich aber nicht. Ich will's doch gar nicht. Ja, aber guck mal, wenn ein Hai dir anbietet, dich irgendwo hinzuschwimmen, dann hängst du es an. Ui, er war genau beim Stern, ne? Digger, kein Problem, ich wurde auch gerade von der Brücke gepustet. Oh, aber Sefi, ey, ich hab da ein Problem. Hä? Ich hab da ein Problem. Hab mir das Spiel nicht heute schon? Hä? Das Game... Au. Dieses Drecksgame, ne? Mario Party macht Auge auf Stigi. Bei dem Spiel hat Krabbo einfach in einer Sekunde gewonnen gehabt beim letzten Mal. Ja. Und da hab ich mich tierisch aufgeregt. Aber hört ihr uns denn immer noch gut oder immer noch abgehakt? Ja, 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 alles gut. Okay. Ey. Yes! Ey, es ist so ein Schmutzspiel. Hab ich ihn wieder? Es ist so ein Schmutzspiel. Yes. Was ist denn? Was hast du denn Mario gesagt? Das hat sich grad sogar fieselt. Ach so! Sag mal nix zu laut. Ne, ne, hab ich auch nicht. Ey, Jungs, ich komm mit den einen, zwei Runden, die noch übrig sind, gar nicht mal ansatzweise in die Nähe des Sterns. Ey, er war 131 Münzen. Junge, 31 plus? Ja. Stark. Ja, er hat einfach, äh, David überholt gerade. Ne, ihr seid gleich auf. Ja, wir haben genau beide 46 Münzen. Ja, ne, er hat er bei mir. Ey, ich war so lang auf der Eins. Digga, das letzte Mal, wo ich eine Zehn hatte, bin ich, äh, schön, äh, zurück an den Start geschossen worden. Ja, geschlossen. Ja, letzte Runde, ne? Ist das die letzte? Ja. Oh, ich kenne euch. Ja, sicher zappdustern, ne? Bakaos Bowling. Ja, aus Bowling. Das klingt cool. Zappdustern hat er auch Spaß gemacht. Okay. Warte mal. Wo sehe ich, was ich gehe und werfen? Okay. Okay, ja. Mehr kann man nichts machen, ne? Jo, wie curst das aus, CJ? Hä? Okay. Müssen wir ausweichen? Ja. Oh, jo! Hey, warte, 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 hey. Wie kann man denn gehen? Wie kann ich gehen? Ach, man muss springen, okay. Ja! So ein Lachs, Allah! Digga, du hast genau komplett verfehlt. Ja, ja, du bist schön bewegt. Oh mein Gott. Du kannst, du kannst nochmal. Das ist ja richtig asozial. Du setzt auch nicht dein Item ein. Ja, Basti, ich will mein Item auch gar nicht einsetzen, das bringt mir ja nichts. Geil! Mein Item ist literally das Item, was mir nichts... Ah, das war's? Ah, okay, jetzt müssen wir lesen, Leute. 20 Runden Mario Party 2. Okay. Zunächst zählen wir Sterne. Wow, perfekt. 2-2-1. Nachdem wir die Sterne gezählt haben, kommen wir zu den Münzen. Er war ganz schön fleißig hier. Jetzt scheint Sefi. 142, Junge. Ja, wow. Kommen wir zu dem Bonus-Stern. Als erstes Minispiel, der Spieler, der die meisten Münzen in Minispielen gesammelt hat. Ah, das war, das war Stigi. Nein, oder? Ich glaube nicht. Doch, doch. Mario. Was? Was? Ja. Ja, crazy wie Jay-Z. Sehr geil. Oh, der Münz-Stern. Ja, der Münz-Stern ist der einzige Stern, den ich jemals bekommen werde. Röst. Ereignis-Stern. Okay, wenn war das? Das stimmt. Oh mein Gott, Digga. Weil ich die ganze Zeit vor der Brücke geflogen bin. Du hast gewonnen? Nee, nee, warte mal. Nee, Stigi hat ja mehr. Ein Superhelden. Wie viel hast du? Zwei. Okay. Ihr habt eine offizielle Ankündigung. Was? Großartige Neuigkeiten. Der Schatz wurde gefunden. Von Captain Bowser. Hä? Hä? Kommt jetzt nochmal ein Grunde Finale? Eine ganze Hülle. Ey Leute, drückt das nicht weg. Bleibt auf der Stelle stehen. Verdammt, du Leichtwassermatrose. Leichtwassermatrose. Verdammt. Verdammt. Okay. Digga, was ist das für ein Schatten? Das ist der Gewinner. Das ist der Superheld, ne? Digga, hat Sefi nicht jetzt gewonnen? Ja! Guck mal! Du hast gewonnen! Du hast gewonnen, du Sack! Du hast gewonnen! Aller GG! Und auch zwei Sterne! Sefi! Du hast wegen die verkackten Bonus-Sternen gewonnen! Sefi! Digga, ich schnetzle ihn! Und jetzt gleich Knockout bei Bowser und wir haben alle verloren. Digga, das ist so Mario Party, ne? Gewinnt die wegen den Bonus-Stern. Ja. Ah! Es ist wie Mario! Digga, du hast einfach gewonnen! Der Schatz gehört... Aber warum? Ich hab nur zwei Sterne gehabt! Ja, du hast zwei Bonus-Sterne gekriegt! Ja, aber du hast meist Münzen! Einmal wegen dem Münzen! Aber Stigi hat doch drei Sterne! Ich hab ihm einen geklaut! Oh mein Gott, Digga! Ja! Ich brauche sie! Brrr! Unglaublich! Ey, Digga! Digga, Digga, Digga! Klap in den Chat für Sefi! Ich bin letzter! Ich bin letzter Platz! Ich bin letzter Platz! Ich bin zweiter, krass! Oh jeeze! Digga, wegen vier Münzen! das für ein sparschwein 1015 ganz kritischer also ich habe jetzt damit gerechnet ich also natürlich den den münzstern natürlich kriegt er immer der dolly der seine scheiß münzen nicht ausgeben kann für die sterne das ist quasi so ein kleiner ausgleich aber was kann man jetzt mit diesen münzen holen ja die neue länder oder ich weiß gar nicht was kann man mit den münzen links ist ein münzshop schon mal links jungs jungs jetzt gibt's nugs und kunden mini spieler das ist irgendwas anderes keine ahnung und schätzt man mit dem ich habe auch gelacht danke jungs was jetzt ja jetzt ist die frage wollt ihr noch ein level wollt ihr noch mitmachen oder wollt ihr schluss machen ich werde noch für eine neue wenig gewesen eine geht noch dann ist die frage horrorland spielen aber das ding ist halt das ist halt die schwerste match egal ist doch geil ja aber da werdet ihr halt gefüstet dass also das westernland ist auch witzig weil da kann man mit dem zug fahren weil es für david aber nicht so dass spaceland ist auch ganz cool mystery land glaube ich ist das lehmste von allen und das holland ist glaube ich auch nice aber da ist halt da ist an drei sterne wollen wir einen holland rein da ein bruder rein in die masse ja das piratenland war übel schon schmutz mit dieser scheiß brücke alter zuerst müssen wir einige einstellungen vor okay war der mario party ist so geil aber auch von der zweite teil ich will nicht was meinst du david der zweite teil ultra nice ist schon nice ne sagen wir wieder die gleichen nehmen oder ja und da ist glaube ich einfach okay ja gut ja ich bin halt nie also ich bin halt unsicher weil für mich kann es halt auch komplett nostalgie sein weil allein die musik und so ich war erst halt übel aber ja wenn auch du sagst ne der es noch nie gespielt hat das ist nice ist dann glaube ich schon ziemlich cool ich hätte auch schon versucht zu erklären warum das so geil ist wir mal kurz auf klo ne würfel für mich schon mal geil aus auf jeden fall kurz pause man muss das auch sehen warte ok warte warte wie machen wir das machen wir kurz das menü an soja sehr geil ok ja ich will ich will dass die ganzen reise dinge erstmal bei dir auf insta verfolgen ich bin erst mal dabei die also ich hab ich hab nichts bei der rei also ich denke einfach mit bruder also ich höre schon von david immer dass das mal ganz gerne macht sich lach auch immer ganz viel mit jungs wollen wir wieder rein jetzt kann es los geht jetzt geht es richtig los mit den hexenhüten oder was ich bin zwölf und krabbu ist mein vorbild wie geil so hübschen gekleidet voll das coole detail kannst kannst du in die schweiz kommt kannst du mir bizeps trainieren tipptopp den zauberer zu besiegen oder zauberer so sieht er sieht auch eher aus wie so nach egal und wollte mal einen richtigen zauberer sehen okay hier we go digga ich hänge an ein lippen ich bin noch mal so schlecht okay let's go ich bin letzter ne schon wie letztes mal ne aber jetzt werden die ersten sein aber mario sieht schon übelst cool aus mit dem roten mario hat was hat was der besen fliegende ich höre ich fühle die mario party gerade übelst ne ohne scheiß es macht so viel spaß das müsste man noch mal machen irgendwann ich will das einmal mit den jungs so eine nacht 50 runden ja das ist ja gar heftig ja in jordanien oder nicht krabbu da wo du bist bin ich auch immer wir machen neuen song one night in jordanien ja natürlich fünf münzen das ist am anfang auch richtig viel ja das war kackt gott du hast nur zwei verloren komm jetzt ja aber mensch krabbu du weißt doch so wird es alle ein digga ich hole mir diesen lachs die inflation wird uns alle einholen ich hole mir jetzt den lachs so warte mal wo geht es den stern wo geht es durch wo ist der stern noch gleich ja warte mal kurz gehen hoch 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 ne der ist doch da hinten nein da hoch da ist er was ist denn das für ein weg du musst hier hoch so rundherum und dann von hier so ja okay links ne ja halbe labyrinth ich hole mir gar nichts wir sind gleich weit erfolgreiche erste runde junge hexagon chaos mit den jungs 50 runden sagte er als piech naja vielleicht bin ich auch die lara dieses drecks game das ist schon wieder ja diesmal bin ich dabei lass mich dein memo sein immer nein oh mann ich habe einmal nicht aufgepasst und da war sie wieder weg die facecam digga hey die facecam das ist so eine rotze haa what der hat mich komplett verarscht nein boogen ja ich hab nämlich einfach beide gedrückt hä Bro ich dachte er hat W oder A oder so ich hab einfach beide gedrückt ja aber er hat beide hoch gehalten und das eine dann wieder runter genommen der kleine huonsohn oh shit das spiel ist ein richtiger blöder du sagst du richtig gerne ne ich liebe es ach ja es ist doch witzig digga das spiel hast David einfach aber was ist das also diese runde ist verflucht ui ey warum kann ich jetzt nichts kaufen ja zu wenig münzen für die hexen da ja da links ja guck mal wenn ich jetzt in der vogue bubble wäre würde ich sagen das spiel ist frauenfeindlich ein einzig weiblicher charakter und ich verliere alles das kann kein zufall sein und das ist unfair weil peaches strong ja ja links ist richtig ich hab da so meine vertrauensprobleme aber alles gut oh hä uh geil tag wird zur nacht oh es sind die 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 steine sind anders hä kommst du da nicht mehr hin jetzt ist nacht ja so konnte ich gerade nicht kaufen ach 11 nur aber das reicht eigentlich ah ne ich glaube ich hatte unter 10 ne wo mach ich die karte so warte mal kurz vielleicht kann ich jetzt anders durch äh little freak was wollt ihr da axonic sorry ich hab da axonic überlesen im chat ja was passiert äh krabu ist auf bowser fett gekommen alter was ist passiert ja sohn hurensohn habt ihr das gesehen was er gemacht hat ja doch freunde er hat gesagt hustensohn hustensohn ich glaub ich bin nicht so ich bin nicht so twitch freundlich ne ach so er wollte die unangenehme frage stellen da kann ja das machen ja das machen wir nachher die unangenehme frage ja kanalpunkte eingelöst um eine unangenehme frage zu stellen das beantwortest du nicht einfach so Ah, hier, Frage von Dark Sonic. Jo, Krabu, wie viele Liegestütze schaffst du am Stück ohne aufzuwärmen? Alle. Bro, du bist der Pingu. Alle. Smart. Du bist der Pingu, Bro. Ich bin der Pingu? Du bist der Pingu. Alter, stark. Sehr, sehr stark. Ja! Mario, let's go. Du musst spammen, du musst spammen. Sevi, du musst spammen. Sevi, oh mein Gott, Bro. Oh, ich hab komplett, ich hab die ganze Zeit gewartet, weil ich dachte, die Pingu ist dran. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Oh mein Gott. Ja, ihr verkackt, Mann. Jungs, es tut mir leid, ich hab komplett verschissen, Alter. Alles gut. Peach hat mich aus dem Maul gelegt. Digger, ich dachte, Peach ist dran. Aber wir haben sich jetzt bemüht, immer. Geil, ich bin wieder, letztes Mal. Ja, okay, jetzt wäre eine Eins cool. So ein Gottverdammtes Spiel. Oh mein Gott, Digga. Bro. Einfach zwei. Er hat einfach den gemacht. Spiel hat einfach den gemacht, Digga. Junge, gedribbelt. Ich glaub, du musst hoch, oder? Ja, Alter, ich würde eigentlich gucken. Spielbrett ist mit Z jetzt. Zum Stern geht's, glaube ich, hoch. Oh. Warte, ich bin da. Okay, dann hoch. Ja, ja, hoch geht's zum Stern. Order it up. Ja, aber was macht es jetzt, dass es Nacht ist, Alter? Bist du sicher, dass man so zum Stern kommt? Äh, nee, ich will nix. Münzen stehlen. Für fünf Münzen. Dann kriegst du mehr. Okay. Hä? Hm. Warum sag... Bro, du kannst jetzt einfach rubbeln. Rubbel, rubbel, rubbel. Du musst aufwärmen. Hä? ETF, ey. Aaaaaaah. Hä? Und jetzt? Zwölf. Aaaaaaah. Nein. Mega entspannt. Mega entspannt. Einfach mal kurz gerippt. David. Ich hätte so nein gesagt. Nein. Aaaaaaah. Alter, was ist das für eine Runde? Es läuft da gar nichts. Schau jetzt, schau jetzt, wie ihr macht. Ooooooh. Was ist das? Was ist das ganz hässliche? Klasse, es wird Spaß. Alle vier Spieler. Alle vier Spieler, ja. Alle vier Spieler? Ich habe keine zehn Münzen mehr. Ja, ich bin bei null jetzt. Bro, alle Spieler auf null. Alle Spieler auf null. Wir sind komplett rechsen. Also, es passiert nichts. Der hat acht. Du hast uns mit in den Dreck gezogen. Ja, ja. Ich kann mir trotzdem keinen Stern leisten. Bro. Aber wobei, wenn gleich nochmal so ein Minispiel kommt, vielleicht gewinne ich und dann... Ich würde da durchgehen. Kannst du so quasi rundherum gehen oder nicht? Geht das? Nee. Nee, nee. Geht nicht. Weil wenn du... Du hast halt keine Münzen, ne? Du gehst einfach am Stern vorbei. Ja, du, das ist halt wie immer, ne? Ja. Scheiße. Ja. Perfekt. Ja, frag mal, ob du Dienstleistungen anbieten kannst. Das körperliche. Ja, das Kopfkino, das ist schön. So. Sieben. Ja. Der bewegt sich nicht. Nö. Hat es ihm schon mal Respektschalter gegeben? Ja. Kann man doch zielen? Wow. Ah, man kann zielen, ja? Digga. Digga. Jungs, schieß mal! Das kann doch nicht sein! Oh mein Gott! Ja! Oh! Meine Bombe! David, du bist einfach Bombe, ne? Dankeschön. Oh Mann, ich hätte die so gebraucht, die Münzen. Ja. Dann hättest du den Stern geholt, du Sack. Geh doch mal, Krabu! Geil! Oh, ne 3! Geht voran! Ah, du bist immer noch am Anfang. Glaub mir, David holt den Stern. There we go! Ich und Stigi, wir werden eh vorbei rasseln. Ja, jetzt würfelt er nicht ziehen, ne? 28, hätte ich ja niemals geschafft. So, ja, weiß ich nicht. Ja, geh ich erst mal hier lang. Ja, muss ja erst mal einen Nebenjob suchen. Ach, Mann, ey. Boah, Digga, er haut rein mit 9. Jo, es geht voran. War der nicht vorher auf der anderen Seite? Hä? Er bewegt sich! Hä, was ist das? Warpen! Ich bin mit der 9. Damit kann man sich warpen. Ja, aber wozu? Ja, du kannst die Karte sehen, dann siehst du den nächsten Warpteil. Aber ich habe ja eh keinen Scheißdreck. Ja. Wo ist denn der? Da hinten. Beim Auge oder so. Da, wo er Auge macht. Nee, da nicht. Als Gute. Hä? Nachtgenerator? Was ist das denn? In der Mystery Villa. Unser Nachtgenerator macht den Tag zur Nacht. Ist das ein Club? Aber was macht das denn? Die Steine bewegen sich anders. Oder so. Oder irgendwas. Keine Ahnung. Machst du das jetzt? Nee. Ja, dann nicht. Waserlager. Hä? Kreativer Name. Waserlager. Oh mein Gott. So geil. Also einfach gucken, so Glück haben irgendwie. Ja, genau wie vorher mit diesen Fässern. Ah, okay. Oh, und Bowser ist drin. Oh shit. Hä? Bro, was ist das? Ey, oben links. Verbrauch. Ich sag dir einfach den nicht. Das ist Bowser, gell? Oh, stark. Schock. Let's go. Das Andrauge ist unten rechts. Ja. Okay. Ohne vier. Ja. In der Nacht triffst du Geister, wo du die Münzen klauen kannst. Ah, deswegen. Lappenmeister. Ich hoffe, wenn wir dieses Spiel noch bekommen. Das ist ein räudiges Spiel. Aber echt. Ey, die richtig geilen Minigames haben wir noch gar nicht gesehen, Mann. Wo man mit dem Flugzeug fliegen muss und so. Gibt es das? Ja, es gibt voll die krassen Minigames. Das wär interessant. Und ich bin wieder mal am weitesten entfernt. Hey, vielleicht kann man mit dem Münzen neue Minigames freischalten. Digga, ich hab gar nicht gecheckt. Bro. Hä? Bro, hab schon noch nie noch, Mannu. Er holt jedes Mal den Lachs. Nee. Nee, Wario war beim letzten Mal. Ja, du hast jetzt schon das zweite Mal geholt hier. Junge, das war das Training, was Sefi hatte. Das Training. Ja, aber der Po hat nur die Minigames gespielt. Nee, das Ding ist, die Steuerung ist hier immer anders. Ja. Letztes Mal war sie genau verkehrt rum. Jetzt war es irgendwie so rechts. Nach rechts mal geradeaus. Das ist Bescheißerei, würde ich sagen, hier. Grate. Wo muss ich hin? Ja, da oben links. Links, ja. Here we go. Hallo. Ich hab gesagt, David holt den Stern. Nee, jetzt passiert erst mal irgendwas. Oh. Hey, es ist wieder Nacht. Ja, ich find die Nacht einfach besser. All day, all night. Oh, nein. Oh, nur Münzen. Okay, Münzblock, okay. Ja, aber trotzdem kriegt ihr irgendwie 50 Münzen, Mann. Stark. Ja, das ist echt krass, Mann. So, ne zwei, komm. Sieben. Sieben. Oh, oh, oh. Was ist das? Was ist das? Der sieht nicht gut aus. Ach, okay. Jeder zehn Münzen. Oh, geil. Ja, Stigi, du hast ja noch 24. Für den Stern reicht's ja noch. Ja, stimmt, ja. Rildes ausschneiden. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Das ist ein geiles Game. Okay, das ist ein geiles Game. David, weißt du, was es auch für ein Game gibt? Das ist ja gleiche wie bei Mario 64, wo du das Gesicht so verziehen konntest. Da musst du das Gesicht so verziehen, wie es die Vorlage macht. Oh Gott, Digga. Ja. Bro, ey. Ja. Kompletter Fokus hier. Meister, als ob man gerade ein Tattoo stechen würde oder so. Ich hab am Anfang ein bisschen verkackt. Ich hab mies verkackt. Was? Zwei Punkte. Weißt du, wie die Streben in der Schule? Nein. Ich hab mies verkackt. Bro, ich hab am Anfang mit David noch geredet, wo ich gemerkt hab, Digga, ich sollte eigentlich mal hier den Lachs machen. Oh, weißt du. Ja, mies verkackt. Nein, Digga, zwei Punkte waren dazwischen. Oh, Junge, was für ein Null, Mann. Hast du gerade 72 Münzen bekommen? Nein, 28. So viel haben wir ja gar nicht. Oha. Nein, 28. Stark. Sehr stark. Ja. Boah, was? Halt die Fresse. Okay, auch noch Münzen. Sie hat sich grad noch beschwert, Alter. Ich kann auch mal Lack haben. Alright, was kommt jetzt? Fruchtkorb. Oh, das Digga. Ist wieder richtig nice, ne? Ich glaub wirklich, dass man mit den Münzen die Minigames freikaufen muss. Ja, 100 pro. 100 pro. Weil wir haben immer nur die gleichen Minigames jetzt gehabt. Ja, ja. Ja, true. Die richtig geile haben wir noch nicht gehabt. Jetzt kommen wir jetzt größte Betrugsspiele. Ich hasse das doch. Hey Münzen. Siehhh. Sieh. Sieh du Bastard. Ey Stiggy, fick mich jetzt nicht, Digga. Du fickst... Oh nein. Ne, ne. IAN DOS, NUT. Oh nein. Oh neinセphi. Jaja. Er revenged sich wegen dem Stern. Jetzt geht es weiter ab. Let's go, 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 go. Jetzt wird es langsam, aber sicher. Das wird langsam und durchsichtig wie Nebel. Okay. Die hauen dich einfach raus. Ich will auch mal gewinnen. Wie schnell er das auch gemacht hat. Das ist so assi, dieses Spiel. Digga, ich sag's dir, so ab jetzt, ab jetzt, keine Ahnung, kann man das irgendwie triggern? Aber jetzt ist Strategie. Ja! Ja! Ach nee, sind zwei Bruder. Doch, Stigi hat gewonnen. Hä? Stigi hat eh gewonnen. Ja, du hast gewonnen, egal was ich mache. Erdbeerwoche, Digga. Ja, will ich nichts machen? Lass die Zeit nochmal jetzt auslaufen. Ja, wenn ich nichts mache. Peach, das ist die Erdbeerwoche, Digga. Hä? Kannst du jetzt einfach nichts machen und dann ist das Spiel unentschieden oder was? Nee. Ja! Bin automatisch gewürfelt. Ja, Freunde, ey, ich bin Profi in dem Spiel, wisst ihr? Das ist die Technik. Wow, wow, wow. Schön, einfach nur schön. Hast du gesehen, Donkey Kong hat so gemacht? Ja, ja. Nee, er hat so gemacht. Nein, nein, so? Nein. Doch. Wow, danke schön. Hat er durch das Loch geguckt. Hat er echt gemacht? Ja. Digga, was ist das denn? Okay. Bin sofort wieder da. Digga, lass mal gleich was bestellen, Digga. Ja, ja, alles gut. Wario der Zauberer, Digga. Oh, ey. Schon wieder mal. Die fünf Münzen tun schon wieder weh und so, ne? Ja! Oh mein Gott. Digga, Sticky, was ist mit dir und dem Bauterfeld? Ich weiß nicht, ich hoffe, ich kann ja irgendwie hier so einschüchtern. Geht, ne? Dass ich keine Strafe kriege oder er läuft wieder zu dir mit der Machete. Bauters große Chance. Oh, ey, ja, Bro. Oh mein Gott. Ja, sicher! Aber du kannst das gar nicht beeinflussen, egal was du drückst, ne? Ich glaube, ja, das glaube ich auch. Mein Gott, ey. Aber warte, was, 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 was haben wir jetzt hier? Ja, ich bin wieder auf Bauterfeld gekommen, hab jetzt hier irgendeine Quiz, so ein Glücksspiel. Habe dein Schicksal in dem Spiel zu beeinflussen. Viel Glück. Bist du bereit? Let's go. Ja! Mario gibt wie viel Münzen Bauter? Jetzt musst du zu den Münzen gehen. Halt die Fresse. Ich schwör's dir. 40 Stück! Stark! Sticky, fick mich nicht, Alter! Ey, Sefi, guck mal, ey, Sefi! Noch zwei über! Das ist schon beim letzten Mal, dass Sticky fickt, Alter! Guck mal in die Kamera, Sefi, es tut mir leid, so, ne? Sefi, es tut mir leid, ich war gemein und unachtsam, das darf nicht sein! Oh, Scheiße! Ja, aber Sefi, dafür hast du schon so viel Spaß in dem Spiel als Kind! Überleg mal! Ist doch wieder bei Null! Oh, Scheiße! Richtig assi, Mann! Ja, ich bin mit 10 am Stern vorbei und jetzt wieder auf Null, ey! Oh, Shit, ey! Oh, alle gegen Vario! Kirmes-Kran! Ja, das ist wieder der Kran! Ja, wir hatten echt keine Spiele, wir müssten, glaub ich, echt spielen! Ja, irgendwie, irgendwie... Das ist wirklich, mit den Münzen kaufst du neue Minispiele, safe, oder? Ja, ich komm wieder! Naja, gutes Gelingen! Chat, kauft man sich mit den Münzen neue Minispiele? Safe, oder? Hol dir erst die Zeit! Ja, da hast du die... Aha! Hahaha! Ist ja wie beim echten Rummel gerade! Digga, was soll die Scheiße! Hahaha! Ey, ich glaub an dich! Das schaffst du! Bro, ist das ein Scheiß! Ey, komm, let's go! Let's go! Komm, komm! Bitte, 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 bitte! Ja, knapp, Digga! In der letzten Sekunde! Boah! Du 31er! Dieses Spiel ist aber nur Zeitvertreib! Absolut! Du kriegst... Das schaffst du gar nicht, Bro! Versuch mal irgendjemanden zu holen! So, jetzt bin ich mal gespannt! 42 Sekunden! Grab erstmal Donkey Kongs Arsch! Hä?! Probier nochmal, Bruder! Digga, was passiert? Ich bin am Updancen! Boah, was muss ich denn machen? Das ist ja unmöglich! Was soll ich denn machen? Du musst auch, glaub ich, A die ganze Zeit drücken oder so! Keine Ahnung! Spam mal A! Let's go! Ja! Wahrscheinlich, Bro! Er hat sich vorher mit... Digga, er hat sich vorher mit Nivea eingerieben! Schau mal! Mein Popo ist rutschig, Digga! Ja, probier, Digga! Probier! Probier! Das ist einfach asozial! Das ist einfach asozial! Das Spiel ist so asozial! Das Spiel ist so asozial! Das Spiel ist so asozial! Das kann gar nichts machen! Ey, Jungs, gut gespielt! Seif für Seif! Ja, ey, du hast dir viel Mühe gegeben! Du hast ins Publikum geguckt, freigesprochen! Geil! Oh, shit, ey! Bam! Ich hab in Bananenschalen gewartet! Mit Nivea eingecremt! Batschi! Bro, hast du nicht gesehen, dass der Arsch von Donkey Kong rasiert war? Der war glatt wie ein Babypopo! Nice! Ja, aber wie soll man dieses Spiel schaffen? Ja, keine Ahnung! Es gibt safe einen geheimen Trick, Anna! Der geheime Trick! Oh mein Gott! Gibt er mir jetzt meine Münzen wieder? Nee, er klaut dir jetzt! Ja, Bowser, ich hab keine Angst vor dir! Ich hab literally nichts, was du mir nehmen kannst! Ja, Bruder! Nimm deine drei Münzen! Und halt's Maul! Und du hast dreizeit gehabt! Ja, du bist wieder bei Null, Junge! Seif! Aber warum nimmt er von mir, wenn ich drauf lande, Alter? Wenn andere drauf landen, nimmt er auch von mir! Ja, definitiv, komm in die Gruppe! Er nimmt einfach immer von Null, keine Ahnung! Oh, Duell! Ja, Jungs! Ich kann keine Münzen euch geben! Ja! Du kannst nur gewinnen, Bruder! Du kannst nur gewinnen in dem Spiel, Bro! Was war das? Explosiver Bombomb? Keine Ahnung, ich glaub Raketen! Oh! War das was Neues? Oh! Ah, wir müssen uns die Bombe weiterwerfen! Oh, das ist das richtige Dreck! Oh, ja! Cool! Okay! Bombbrack! Mit A, ne? Ja! Was ist dann B? Weiß ich nicht! B ist springen oder so? Mach mal B! Drück mal B! Geht nicht! Digga! Digga, was ist das? Was ist das? Oh mein Gott, weg damit! Wo soll das? Weg! Hä? 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 Wie? Achso! Ja! Komm! Geht noch da runter?! Ja! Alter, schön Wie viel gibt's? Masehallah 42 Münzen! john blue john rade 42 Münzen geholt! Wie viel? 42? 42. Boah, mäßiger. Ich bin mit dir im Team. Ich bin mit dir im Team, Bro. Abriss. Abriss. Was ist das? Abriss-Kommando. Oh, was ist das schon wieder? Irgendjemand ist im Hohen Dingens. Ah, da musst du die einfach weghauen, also. Du musst einfach wegschlagen und wegstampfen. Wo sind die? Bewegen, springen, schlagen. Äh, warte mal. Wir sind in einem Team. Bewegen, springen, schlagen. Aber Aufgabe ist das erstes, ein Vandalenteam, die bau... Ah, ist ein cooles Spiel. Wie kann ich treten und so? Einfach A drücken. Einfach Spam. Einfach die Scheiße. Okay, wir müssen A spammen oder so. Richtig in die Fresse, du kannst aber auch so Stampfattacken machen und so. Ich trete und du schlägst. Schmack einfach so. Bro! Digga, ich check gar nichts, Junge. Bro, was ist das? Ich check gar nichts. Ja, man geht die Kacke endlich kaputt? Bro, das ist ein Feind dein Team. Warum sind die schneller? Hä? Jetzt muss man irgendwie schneller gehen. Hä? Hä? Digga, kriegen wir das überhaupt hin? Hä? Nein, hör! Wo bist du? Was hab ich getan? Bro, wo bist du? Das ist ja 3D! Das wusste ich auch nicht. Das war's wieder die 2,5D-Challenge, Digga. Ey, diesmal war ich gefangen. Bro, jetzt bin ich richtig mies am Start hier. Wöööö, wir mo! 255 Münzen, Digga! Ist das der erste Stern, der weg kam? Ja, der erste Stern! Krass! Ey, Flower Power! aber du hast am anfang gecallt ja 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 geil perfekt da war ich auch schon durch das ist super super bitter stark und der stelle ist da oben ich kann mir einfach nicht meine schuld leisten ich glaube ich klau mir krevis sterne es geht aber nicht du kannst da nicht in der nacht probier es doch jetzt kannst du dich ok was habe ich noch gleich für ein item also ja wofür da kommst du so weit wie möglich ich bin nach dem stern ich auch gar nichts machen doch du kannst du da links gehen das ist ja schon bei uns ziemlich knapp wir beide da unten aber ich finde es unten auch besser jetzt mal ehrlich dritter und vierter ist nice oder digga da ist beim letzten game genau der gleiche lachs alter ich habe mich nicht geschissen bekommen torpedoschlacht klingt gut oh das ist geil und himmelsfeger war auch da das ist wahrscheinlich mit flugzeug das ist geil da steuern zwei warte wer steuert krabu schießt und ich steuer und bei david und stigi steuert stigi und david schießt ok erster wie steuerung einfach normal steuern und steuer du schießt und sagst du musst einfach habe ich vermut ist ein schuss du musst hoch hoch wie hoch nein Nein! Kacke! Ich kann ja nicht schießen, Digga! Da ist was, da ist was! Ich bin da! Doch rechts nach rechts! Du musst nur nach rechts runter! Die Steuerung ist total für den Arsch! Kann ich dem neuen Fahrer einstehen? Geh nach unten, geh nach unten! Nimm den rechten Stick auch noch mit! Ich find keinen! Schau oben, Digga! Ja, Digga! Absturz, Junge! Absturz! Ich hab grad einen richtig süßen Winz, aber den kann ich nicht droppen! Irgendwas mit Titanic? Ja, irgendwas mit Logitech-Controller! Achso! Bro! Man, was ist denn das? Hä, wo ist die nächste Zielscheibe? Hä, Phil, du bist stets bemüht! Bro, was soll ich denn da? Was für eine Wachstum? Das tauscht halt eben! Eine Sekunde! Ich schieß nochmal! Was eine Pisse! Geil! Junge, die haben drei Dinger geschossen, was ist los? Junge und wir? Nichts! Ja, warum schießt du nicht? Ja, was soll ich denn schießen gegen die Wand? Wieso bist du so cringe? Jungs, kein Problem! Bald landet irgendjemand wieder auf dem Bowser-Feld, Alter! Ja, ja! Ja, eben! Da fangen wir gleich hier auch mal an! Ja, Phil, wie zu selbe, Digger! Oh! Kannst du Münze stehlen? Ja klar, alles gut! Du lebst jetzt meinen Lifestyle! Achso, das bin ich! Ja, da kannst du Münze stehlen! Ja, Münze stehlen! Hä? Vario, Vario, DK! Okay! Hä? Ne, Mario steht da! Junge, man muss, ne, Robin Hood mäßig! Du musst den Armen was abgeben! Ja, Bruder, du musst bei mir! Verpiss nicht, Digger! Bro, da haben wir wahrscheinlich 40 Münzen weggemacht! 23 Münzen, ey! Boah, das tut schon, D! Würde mir stinken, wenn ich du wäre! Wo ist denn das hier? Aber dafür, dass David der erstplatzierte ist, ey! Hä? Wo bin ich auf der Map? Achso, da! Ah, okay, nach rechts! Geil! Okay, krass! Da kriegst du noch ein Item dazu, ne? Ja, ein böses! Ah, okay! Mach mal! Ja, der Goldpilz ist das Beste, ne? Mh, let's go! Ist Bowser Jr. nicht am besten? Ja! Okay! Och, Digger! Da ist alles kaputt! Was ist denn los? Was ist denn los? Ich muss meine Switch laden! Meine Switch, äh, hier, die Dings! Warte! Warte! Ne, warte! So! Okay! Du manipulierst gerade den Wettbewerb! Unten rechts, Digga! Ja? Ne, in der Mitte! Unten rechts wäre Bowser gewesen! Was macht Bowser Jr. eigentlich? Ich weiß nicht! Ich glaube, er stiehlt allen die Münzen! Keine Ahnung! So! Let's go! Digga, David! Einen Stern, 50 Münzen und einen Goldpilz im Gepäck! Boah, Digga, was ne? Guck mal, ich bin noch... Sefi, ich bin in der WhatsApp-Gruppe! Ja, aber der bringt mir ja nix! Ja doch, komm in die Gruppe und du wirst das selber haben! Warte, wo ist der Stern? Rundherum! Irgendwo da oben, oder? Da oben, ja! Rundherum! Komplett oben! Aber du musst so weit nach links... Du kannst hier, hier! Du kannst so durch... Ne, 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 schau mal! Schau mal rechts, schau mal rechts! Du kannst hier durchgehen, weil der Stein ist weg, dann kannst du hier durch! Und das ist der Shortcut! Das ist der Shortcut! Ja, aber nur wenn der Scheißstein da stehen bleibt! Wenn nicht jemand durchgeht vorhin, ja! Warte! Warte, hier, hier war das, ne? Ja! Der Stein ist grad nicht... Aber wenn dich jemand überholt, Bro... Nicht auf... Wenn dich jetzt jemand überholt ist, dann scheiße, ne? Du, wo geh ich da... Ja, gut, ja! Oh, 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 oh! Oh, David! Magneto-Scooter! Dreisinnen-Wahnsinn! Ah, here we go again! Nee! Was ist denn das nochmal gewesen? Ach! Dreisinnen-Wahnsinn! Das kriegen wir wieder hin! Bro, wir müssen einfach Spam, Spam, ne? Und lenken diesmal, ne? Ja! Lenk! Wir müssen genau in der Mitte der Bahn bleiben, Bro! Jalla! Jalla! Abfahrt! Jalla! Wie, Bro! Ja, 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 genau so! Ja, ja, ja! Genau so! Wir schaffen's, Bro! Komm, gib Gummi! Gib ihm! Drück den Knopf! Yes! Boah, ihr wart ja übel vor uns, ey! Ja, ja, ja! Wir warten die ganze Zeit auf Max! Wir haben's gemacht! Bro, ich sag ja! Wir müssen einfach nur... Äh, ich glaub, ich weiß es nicht! Irgendein Controller! Wahrscheinlich schon meiner, ja! Okay! War ne gute Runde! Oh ja! Dark! Der AD holt sich den zweiten Stern, ne? Gott! Na ja! Rechteckperr, würd ich sagen! Kommt in die Gruppe! Geil! Reiner mit! Wuhuu! Big Stongs! Ah, am Tag muss man den Steinwumpf bezahlen! Hä? Ich hab schon ein paar Mal auf den Steinwumpf gedrückt, aber ich konnte ihm nichts bezahlen! Ja, in der Nacht kannst du ihn auch nicht bezahlen, nur am Tag! Ja, Perfekt for David wieder! Nee, da komm ich nicht hin, da muss man noch ne Runde! Du bist genau auf dem richtigen Weg dahin! Boah, zwei Nigga! Den Hansmaug ist auf der Backe landet! Hä? Das ist ja ultra lucky, diese Runde! Bro! Der hat zwei Sterne zur Nacht! Willst du nicht noch auf dem Sternblock landen oder so, Digga? Ich hab mir nicht viel, was noch passiert! Oh, Junge! Geil! Digga, zwei Sterne und 80 Münzen und noch ein Goldpilz! Die Macht ist nicht in Worte zu fassen! Ey Freunde, Yudugu schreibt's rein! Erstmal das Spiel gegen David, jetzt für mich! Ja, und jetzt ist der Scheiß-Ding genau da, alle! Oh, Junge! Geil! Oh, es gibt irgendein Item mit Trillerpfeife, wo man den Stern verschieben kann, in der Name! Bro! Ja, natürlich wir spricht nur eins! Geil! Okay, weiter geht's! Oh, okay, okay! Stigi, wir sind zusammen! Hey, sehr gut! Komm, wir müssen rasieren! Wie machen wir? Himmelsfähiger! Das ist wahrscheinlich mit Flugzeug! Warte, was ist das? Wie geht's das? Wie geht's das? Okay! Warte, was stand da? Ah! Die perfekte Flügelschlag ist, desto schneller wird das Flugzeug! David, du musst hoch und runter! Hoch und runter mit dem Joy-Con! Und, und ich? Und du musst steuern, Stigi! Okay, alles klar! Und du musst auch steuern! Aber was muss man machen? Du musst steuern! Seh, wie du musst steuern! Du musst nicht direkt steuern! Und wir müssen einfach nur durch diese Ringe, ne? Ja, ja! Wir müssen nur durch die Ringe! Und wir, ich und David müssen quasi, äh, Flügelschlag! Alles klar! Komm, Stigi! Ins Loch rein! Ja! Ja! Boah! Ja! Ja! Jetzt geht's ab! Digga! Digga, so! Okay, warte, ein bisschen runter! Sturzflug! Hui! Bro, du musst drücken! Ja, ja! Ey, das, was Peach da hinten macht, sieht so sass aus, ne? Die will nur für die Freunde da sein! Okay, nach links, nach links! Okay, geil! Geil! Alter, das war wichtig! Oh, aber jetzt... Oh! Stigi! Okay, Vollgas, Vollgas, Digga! Vollgas! Nice, Stigi, nice! Ins Loch rein! Ey, warum sind die so schnell, Mann? Ins Loch rein! Wir machen richtig krass! Junge, ich kann's dir nicht sagen, Digga! Okay, du musst alles mitnehmen! Alles mitnehmen! Man kann überhaupt nicht lenken, wenn man durch so'n Ding zerflogen ist! Ich frage mich, wie die zwei mitnehmen! Lenk! Komm, 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 easy! Fuck, Digga! Oh! Oh! Ich meine, Mist! Ja, ja, easy, Junge! Geil! Yes! Kabu! Stark! Kuss geht raus, Bruder! An sich! Stark, Runde! Stark! Ja, Donkey Kong, Anna! Bro, er hat halt auch die Nivea-Creme drauf, der Wario! Riecht gut! Okay, zehn Runden noch! David! Let's go! Ich will auch mal die Items haben, aber hatte ich noch nie! Ja, irgendwann! Irgendwann ist soweit! Wo war der Stahl da oben? Okay, das heißt, hier lang, da lang... Oder war der, da lang? Nee, 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 du musst schon dann, wo der Trump ist! Genau da lang, wo der Trump ist! Der Trump! Das hat's für Items! Warte, na, Digga, das was lass' ich lieber! Ich brauch' nämlich, ich muss, ich muss die, nein, danke! da kannst du nicht nur nachts ich kann sie bezahlen er wartet perfekt erwarte perfekt aber zwei sterne und 85 wieviel gibt es schneller gedrückt als ich 19 ist doch in Ordnung ja kann ich mit wem hier eine kleine Spende erst mal von den Steuern abziehen Digga okay die Inflation kickt wieder okay alle gegen alle wieder ne Plattform Chaos warum call ich jedes Mal so haben wir da springen von Plattform zu Plattform werden auch das zielerreich gewinnt okay einfach nur springen also das übelst ugly man wir springen mal mit A oder A ja genau mit A A ich habe A A in der Hose die Hauptsache Hauptsache nein 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 Digga Hauptsache das Game hat ne Hitbox aber Mario Wanda hat online keine Hitbox Digga das gibts nicht wow Bro das gibts nicht ich habe einmal kurz angehalten und dann war der Speed irgendwie weg ey warum hat jetzt David die Münze bekommen er hat eine eingesammelt beim springen ja ja bist der Wahnsinn danke für den Follow Junge was passiert hier 3 oh nein ich vergesse jedes Mal mein Item einzusetzen ja du bist der ein ne Mario hat auch noch jetzt kannst du nach rechts probier mal nach rechts zu gehen probier ihn zu kaufen vielleicht kannst du kaufen ah ja geh Tatsache ja aber das bringt mir nichts weil ich da kein Geld mehr habe ja bekommst du zum Stern ja aber er hat kein Geld mehr dann ja kein Geld mehr dann eins zwei ja gut das bringt nichts ne bringt nichts ja scheiße du kannst Münzen stehlen Digga die Peach wird jetzt ausgenommen Junge David drückt den Knopf Scheiße oh man ich mach kein Braid auf K der Prinzessin den Groschen aus der Tasche stibitzen Digga 19 stark ja hier ne kleine Spende nimm ruhig ja ja Jungs eure Cam hat sich wieder verschoben krabbo ja alle komm rüber ja so mach mal winke winke ja das ist immer noch oh was ist das ah ist wieder nacht was passiert es ist wohl nacht Digga warum bin ich immer der Tag-Nacht-Feld Dude ey oh nice kann ich was kaufen Rauchttruhe 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 du kannst die Item Beschreibung gelesen aber warte mal kurz du kannst hier unten lesen was es ist ich weiß was die Rauchttruhe macht es es raubt jemandem das Item achso und ich könnte für 15 könnte ich ein Goldpilz für 20 kriegen das ist natürlich super aber du kannst Item noch nicht einsetzen ne ne aber ich hole mir jetzt erstmal den Stern Digga wer ist das Mario kann ich das auch ja alter alter machst du das der Sterne kaufende Boss oh der ist gerade hier unten ne ja Bro was ist denn das für ein Scheiß wie mach ich das ah jetzt gehts nicht deine Runde ist äh ok oh Hexagon Chaos wäre krass Kanonen haben wir schon gehabt ah ja das ist ja let's go ah das kennen wir ja schon okay wird gut das ist ein Sack sooo aber dieses Game ist die Joga 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 diese Eskalation Boah Digga die Kanone hat mir den Headshot gegeben ja die zeit war oben ja dann kommt die krasse kanone das war dumm von dir ist anzukündigt wo ist denn der stern und mach doch jetzt kein auge ja mach jetzt mal das ganze spiel über heute habe ich keinen einzigen stern geholt nicht ein nein ich habe noch nie ein stern geholt ein ganzes spiel als ob er aber sie wie dafür ist jetzt ohne gewonnen ja weil das spiel mitleid hatte also also wir können nicht mehr gewinnen außer wir stehlen die wird die sterne ja da wo ist der stern hingegangen ja okay ne danke ich muss sparen in einer runde holt er zwei sterne das war das war ein strategisch guter zug würde ich sagen ja krasser kann es nicht machen sollen jetzt aber erst mal zu bauze aber gucken ich will dass ich jetzt drei sterne er kann stern drauf machen ich weiß nicht was los ist aber krasse runde ach super was eine heftige runde alter die im vergleich zu damit soll ich das jetzt zum ersten mal zum ersten mal setze ich heute ein item ein leute ich nehm nie wieder den scheinen das letzte mal hast du mir mein item geklaut ja ja ah mies 22 ja ich komm halt wieder an fünf banken vorbei digga direkt wieder kein cash in die tash jungen jungen zwei banken erstmal kommt der mitgenommener kraft also reich game ja es ist echt also da zu treffen bewegen okay ich wollte mich noch durchlesen das hast doch schon gemacht hatten wir schon das spiel ja aber nicht mit der steuerung bro einfach der bro ich bin stark der bro ja versuch mal da was zu treffen ja cool jetzt noch den münzblock fünf sterne sicher das wäre eine gute runde da ist schon ganz schön schön jetzt gerade auf deinem niveau hier nichts gemacht naja manchmal muss man sich zurückhalten ja sauber ich spare ist auch wichtig man soll nicht das ganze geld rausschmeißen gleich wieder zur bank wieder zehn verlieren zwei einnehmen jacin das habe ich auch nicht erwartet musste war hoch nie mussten der stern wie viele münzen nicht die ganze zeit lassen vielleicht gibt es ja bonus der am ende das frage ich mich auch kuchenfabrik auch mal an holger holz fett wie wir schon wieder okay wir müssen das ist krabbel wir machen das Ja, ja, nee, 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 wir rasieren euch jetzt. Ups. Bro, was? Bro, immer Knopf wechseln, komm. Digga. Komm. Ich glaube, was geht da? Bro. Bro, was ist das? Ah ja. Du musst nur zweimal drücken, glaube ich. Ey, Krabu, wollen wir Geschäfte öffnen mit Holz? Ja, Mann, ich schwöre es dir. Holzgeschäfte. Ja, wir verkacken es immer. So, wo ist denn der Stern hier wieder? Ja, da oben, ganz oben. Okay. Wir müssen schauen. Du musst ja mal links. Okay, Münzen stehlen. Ja, komm, du hast doch auch genug Münzen, oder? Ein Riechknauze, Digga. Ja, Krabu und ich, wir waren gerade so entwickelt. Ey, du musst Aspen. Ach so, ja, ja, klar. Jo. Ja, kann man mitnehmen, ne? Alter, du bist so lächerlich, Digga. Ich hab dir nie was getan. Ich spiele, hab ich dir nicht einmal was getan. Ey, du hast mich vorhin richtig krumm angeguckt. Das fand ich nicht cool. Ich hab gar nichts gemacht. Okay, links. Oh, Mann. Ja, Kacke. Oh, du Armer. Ja, ja, ist schon cool gerade. Du Armer kriegst noch ein Item, Alter, nachdem du Geld stehlen konntest. Der, ey. Der, der räumt's ab, der Mann, ne? Ja, eigentlich. Das ist so ein Job. Ich weiß auch nicht, was los ist, ey. Okay. Aha. Erzählen Sie mir mehr? Zeigen Sie mir noch mehr? Ja. Und links. Geil. Ey, Jungs. Das ist unten in der Mitte, oder? Nee, Digga. Mach das nicht. Das war wieder der Bowser, ne? Ja, ja. Was macht denn der Bowser? Ich hab keine Ahnung. Das wage ich mich auch. Ich glaub, da hast du einfach nichts gewonnen. Ich hab gar gedacht, wenn du da reingeklopft hast, dass der auch rauskommt. Ich schwör's dir. Ich bin vom Niveau her quasi noch komplett in der ersten Runde. Ja, viermal hintereinander einfach nur drei Schritte nach vorne. Also, es wird hier reingeschrieben, Bowser müsste ne Niete sein. Ja, ergibt Sinn, ne? Ja, aber kann ja sein, dass da einer noch klatscht oder so. Geht nicht. Digga, warum hat sich der jetzt nicht bewegt? Es geht nur tagsüber. Oh, Mann, Alter. Und natürlich bin ich genau eins nach ihm. Nicht eins vor ihm, eins nach ihm. Dass ich ja nicht zum Stern komme, wenn er sich die nächste Runde bewegen soll. Was kommt jetzt härter? Oh, Gott. Oh, fick mich nicht, bitte, also. Wir sehen, wie ihr so Angst habt, wenn andere auf dem Bowserfeld gehen. Oh, ist das geil. Bowser-Revolution. Das klingt nicht gut. Ja, easy. Bowser-Revolution wäre das gewesen, dass er wieder rauskommt, ne? Ich glaube schon, und da wir irgendwie ein Ja. Das wollen wir nicht. Oh, ich gegen alle? Schiech! Oh, nice. Oh, Digga. Nice. Er ist fünf gegen Krabu, Alter. Okay, ey, Jungs, ne? A-Spam beim Runterlaufen. Sefi, A-Spam beim Runterlaufen. Okay, ich bin Nummer zwei. Digga! Ah, hier! Lauf geht's! Egal, wir waren stets berührend. Oh, nein, Alter, Alter. Hä? Ich krieg nur zehn Münzen. Und? Hey! Oh, letzte fünf Runden. Ja. Not five Rounds. Krieg ich jetzt mal ein bisschen hier, ein bisschen, was ich verdiene? Du kriegst dann doch wieder zehn Münzen. Rupa schätzt, dass ich gewinne. Genau wie im letzten Game, Jungs. Jungs, bereitet euch schon mal auf die Überholspur im Leben vor, Alter. Okay, here we go. Ease. Bro. Hä? Ah, Duell? Ah, ist doch Schmutz. Komm, glaub mir noch mehr Münzen. Jetzt kannst du noch den Münzen wetten, den du wetten willst. Kannst du einfach komplett reinretten. Ich bin ja wirklich genommen. Kannst du den Einsatz hoch machen. Alles oder nichts, Junge. Kannst du den Einsatz auf Max machen. Alles oder nichts. Digga, Leute. A, B und Z. Die Kobo oben ist so schnell. Wie möglich drücken. Okay. Zauberraduell, Freunde. Zauberraduell. Also X und Ö oder was. Alle Knöpfe. Bam. A. 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 B. Z. Z war noch mal. Z. Hin links. A. Z. 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 B. B. A. Z. B. A. Ich glaube, ich habe voll verkackt, Digga. Ich habe voll verkackt, glaube ich. Z. Okay. Ich glaube, ich habe voll verkackt. Oh, ne, Leute. Nein, ey. Alter. Oh, fuck. Ist der ein Stern? Nein. Wenn der jetzt noch einen Stern kriegt. Einfach gerade sagen, Digga. Boah, ich habe gerade gedacht, jetzt kriegt er noch einen Stern. Ja, du hast ihn komplett gerabbt jetzt. Was für den Rachen geschoben, den Euro-Alar. Und Münzen, Rundsterne. Hey Jungs, ich habe auch vier Runden, alles gut. Ich gebe nicht auf, ich kriege einen Zusatzstern, ich glaube dran. Ja, Bro, du hast sechs Münzen bekommen, ist doch gut, oder ne? Geil. Ist doch gut. Scheiße. Das wird's geil. Oh, auch Duell. Oh, nee, Bro. Jetzt kannst du alles zurückholen. Jungs, wir haben Mugga. Jetzt kannst du wieder alles reinwenden. Alles reinwenden, Bro. Junge, Junge. Ja, schiebe ich David jetzt alle Münzen in der Hand? Ach, komm, wir machen. Ey, Sefi, komm schon. Sefi, sag nicht so Bescheid, du schaffst das. Sefi, was hast du zu verlieren? Bitte. Los, können die. Komm, Scheiß drauf, komm. Alles oder nix, Junge. Immer noch 30 Münzen, ne? Vor allem konnte er das gerade üben, Alter. Ja, Bro, A, B und Z. Nö. Okay. Machen alle mit. B. B. Nein. A. Bro. B. Z. A. A. Du musst schneller. Z. B. A. A. B. Z. A. B. Ich hoffe, ich bin schneller. Machst du das schneller weg. A. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ja, ich hab dir den ersten verkackt. Ich hab alles zu richtig gemacht, außer den ersten, Digga. Hey, Krambo, willst du mir auch noch ein bisschen Geld geben? Ich komm auch noch vorbei, Bro. Oh, Bro. Oh, Bro. Aber ich warf mich alle ein, ich koch euch die beste Hexensuppe, die ihr kennt. Oh, shit, ey. Und danach gibt's den Hexenschuss für jeden. Ey, aber immerhin sechs Stück noch, sehr viel. Ich hab dann auch so ne coole Box. Ach, hä, warum hab ich denn einen Goldpilz? Den hast du ja geholt. Du hast den Geschenk bekommen. Ey, wann das denn? Bei dem Sargdingens. Ah! Digga, du hast 28 Münzen. David, eigentlich hättest du, eigentlich hättest du Luigi nehmen sollen, Digga, in der Runde. Ja, true, true. Du gewinnst gerade, obwohl du nicht mal weißt, warum, ey. Ich stehe drin. Jeder schiebt ihr Geld in den Arsch. Oh, warte mal kurz. Wo ist die Karte? Wo ist die, wo ist das Stern? Ah, da oben. Okay. Nee, spielt keine Rolle, du kommst. Nee, ich komm nur so durch. Nee, du kannst den ja bestechen. Nee, ich komm nur so durch. Hey. Geil. Geil. Drück mal auf A, Digga. Drück mal auf Wurf, Bruder. Ah, Schitter. Äh, ja. Warum Nachtgenerator? Das sag ich dir noch nicht. Boah, ich würde auch gerne mal wissen, wie es ist, so einen Stern zu kaufen. Digga, warum haben eigentlich wir null Sterne und sechs Münzen und die anderen haben so gegen G-G-Nich schon gegen die Fünfkehle. Das sag ich dir warum. Weil wir auf die immer auf das gleiche Feld mit dem Duell gekommen sind und Dave hat immer gewonnen und wir haben immer noch sechs Münzen danach noch bekommen, weil wir auf dem Feld waren. Das Ding ist selbst wenn ihr zum Stern kommt, ihr habt nicht genug Münzen. So ist das Leben, Leute. Boah, ich hab grad gedacht, ich komm nochmal auf den Bowser. Ja, das ist irgendwie, ne, also die Sterne und die... Was macht die Bombe? Was macht die Bombe? Keine Ahnung. Kannst du mal so... Das ist wahrscheinlich Bowser. Nee. Und David auf ein paar Zeichen setzen. Kann man, kannst du mal kurz... Oh, ja, das will ich. Ja, jeder, der halt bei Bowser vorbeigeht, ne? Ja. Ja, du kannst David nur noch vom Thron stoßen, wenn du ihm schön in Bowser reinhielst, Digga. Rechts oben ist die Bombe. Was? Why? Wie? Was? Warte, was macht die Bombe? Eine. Gerade eine? Fragezeichen. Warte, was macht die Bombe denn jetzt? Das sag ich euch nicht. Ja, natürlich hinter mir! So ein hoher Sohn, Alter. Oh nein! Oh nein! So ein Hustensohn! Ja. Ich hab mich selbst gefickt, was? Er hat sich selbst geflickt. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Guck mal, Krabu! Krabu, ne? Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein! Das sind nur zwei! Oh mein Gott! Was? Oh mein Gott, was passiert jetzt? Was? Oh mein Gott! Wir sind alle verduldig! Krabu, du hast alle geflickt! Krabu, du hast alle aus der Anlage genommen! Alles weg! Geil! Was ist das für eine Runde, Junge? Was? Oh shit, ey! Tiefste Bergung! Yeah! Was ist das für wieder? Digga, 128 Münzen weg! Zum fuck! Digga, so geht's mir immer! Ich kann mir wieder Münzen sammeln! So geht's mir in jeder Bauer-Geschichte, Digga! Guck mal, diese Brextbombe! Ach, sauber! Münzen! Oh! Nein! Ich kotze im Strahl, wirklich! Ey! Mach mal! Ja, Bowser arbeitet beim Finanzamt! Oh, eine Münze! Ich hab eine Münze gesammelt! Der läuft! Ja, war ein gutes Match! Einfach Mürre, Junge! Mürre! Digga, Vario hat in Runde 19 oder so eine Münze! Und Null Sterne! Scheiße, ey! Das ist Comedy in meine Augen! Schön! Ey, das ist viel zu schön! Oh! Eine Münze wird auch noch geklaut für die Bank! Sauber! Aber er kriegt ein Item! Ein Item, ja geil! Die Bank nimmt ihn auf! Boah, was ist das? Die Wunderlampe! Was macht? Ne, was macht die Maske, Alter? Ne, geh mal runter! Die Wunderlampe bringt dich, glaub ich, zum Stern! Die Wunderlampe bringt dich zum Stern! Du mal so runter! Du mal so runter machen! Mit dem! Mit... Wie? Ich versuche! Oder mit dem Fall nach unten! Ich will gucken, wie die... Wie die Dings geht! Hier, warte! Da! Ah, jetzt! Die Items sind beschrieben! Ne, die Items sind beschrieben! Ne, die Items sind beschrieben! Mach du mal! Hä, wie geht das? Mann, jetzt gehen wir mal ins Game! Scheiß auf die Items, Junge! Du hast eine Münze! Ich hole mir den Bowser-Helm einfach, Gutes! Nein, hol dir die Wunderlampe! Nein, die Wunderlampe bringt dir nichts! Sie bringt ihn nur zum... Zum Stern, Digga! Ja, er hat ja keine Münzen, Junge! Ah, ja, dann hol die Bowser-Maske! Ja! Warum hast du ne Maske auf? Und Gaffei! Vor dir, vor dir, vor dir! Du musst hauen, du musst hauen! B, B! Du musst hauen! Ne, die Einten! Ey, ich hätte es so gefeiert, dass sie jetzt irgendwo anders gegengehauen! Ja, was bringt einem die Saaten Mario-Maske? Digga, ich habe nichts zu verlieren! Ich werde die einfach einsetzen! So, Jungs! Kein Item! Bruh! Alter! Ey, das ist die räuligste Runde ever, Junge! Nein, die ist gut! Oh! Ey, aber die Hexen-Map ist auch irgendwie geisteskrank! Ich schwörs euch, die Western-Map würde euch auch gefallen, Jungs! Alle Mann von Wort! Na, okay! Lava-Insel! Lava-Insel! Das ist ne Lava-Insel! Junge! Einfach überleben, oder? Ja, okay! Okay! Angreifen! Stamm-Attacke! Okay, Stamm-Attacke! Ja, du kannst die anderen boxen! Ey, aber das ist nicht fair! Ja! Ey! Digga, Krabu! Ey, Jungs! Ey! Boah! Ein echter Mann schlägt keine Frau! Okay, okay, okay! Der Boden ist Lava! Draw? Draw, ne? Das bedeutet? Ja, niemand kriegt was! Wow! Niemand kriegt was! Ist ja voll lame! Ja! Jungs, eure Cam ist wieder ein bisschen verschoben! Ja! Ja! Let's freaking gooo! Wow! Ich glaube, wir müssen sie einfach fixieren! Junge! Seht ihr, wir beide, ne? Wir sind sehr bescheiden vom Skill her! Jaja! Die verfolgt mich! Junge! Ja! Minus 6 läuft! Junge! Guck dir Krabu an! Junge! Digga! Ich würde den ganzen Tag damit rumspielen! Warte, ich fix das kurz! Ah, la madonna! Kein Auto-Tracking mehr und nix! Das ist schön! So! Okay, gut! Warte! Warte! Wie drehen wir die Nudde, alter? Keine Ahnung! Äh, warte! Wer ist dran? Ich! Sie zooms sogar rein jetzt! Ich bin ja auch! Ich bin ja auch! Das ist ultra geil! Warte, warte! Warum ist jetzt schon wieder Tag? Weil wir die Nacht zum Tag gemacht haben! Geil! Oh! Alter, kommt jetzt jeder auf dieses Feld? Äh, ich glaube ich hole mir wieder die... die... die Dingens, oder? Nein, nicht Practice! Ich hole mir wieder die... die Bombe, oder? Ja! Bomben-Frank! Was bringt dir die Bombe? Wir sind eh alle Pleite! Ja gut, das stimmt! Hole ich mir den Goldpilz, ne? Besser so! Ich muss den sehen, wo der Goldpilz ist, Bruder! Obelix? Ja! Geiiiil! Digga, jetzt bleib halt da! Jetzt! Ist gut! Digga, diese Kamera ist so geil! Da geht's nicht! Okay, Sefi, wir beide! Hockey-Duell! Hockey-Duell! Ciao! Ich hab nichts zu verlieren! Mit dem bin ich? Oh hey, mit Stiggy! Okay, was müssen wir machen oben und unten? Ah, okay, das ist einfach... Okay, das ist ja easy! Herr Hockey, Herr Hockey! Let's go! Let's go! Ach, Tisch-Hockey-mäßig! Digga! Let's go! Number one! Oh, das bockt übels! Seh weh, du musst aus dem Weg gehen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Digga, zwei Frames gefühlt, Alter! Ja komm, leck mich doch am Zückerli! Nein! Verdammt! Danke! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh! 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 Yes! Ja! Oh mein Gott! Boah! Ja, geiles Mini-Sprin! Ja! Komm jetzt! Digga, komm jetzt! Nein! 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 Stiggy, bin ich nicht! Mann! Stiggy, geh weg! Lauf die Kamera! Nein! Oh nein! Unentschieden! 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 Ja! Ja! Ja, Bro! Oh mein Gott! Digga, die Cam hat's weggeleißen! Ey! Hengi, du reichst! Das ganze Büro weg! Junior, eure Cam ist weg! Wir müssen noch kurz Bescheid sagen, falls wir noch bestellen... Ja! Ja, lass mal einfach... Was kann man denn bestellen? Es ist 22 Uhr! Deswegen! Ja, aber ich mach sowas gerne, wäre im Street... Nee, äh... Kann man doch wieder traxen? Hä? Kann man doch wieder traxen? Weiß nicht, Arzga, willst du das sonst eben übernehmen? Schnell? Ja, blieb es mal mit dem Kopf! Ja, ja, ich sag dir, ich sag dir... Oh, selber die Frage! Ja, ist egal, oder? Ja, ist egal, oder? Ja, ist egal, oder? Achso, ich bin dran! Hi! Ja! So, hier einfach? Ja, einfach hier! Ja, einfach hier! Beim Schwierigen! Ja, los! Oh! 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 Einmal! 300 bits! Äh... Stigi, du hast doch die Maske, ne? Ähm... Party... Margarita... Jo! Toilette! Jehoh! Scholzmet stain! Ey putzTapier! Naaaah, lett! Eh... Dit cutternaval! Gäste! Die Maske? Ja! Die setzte ich aber nur auf, wenn du Stroh... was macht die denn das hätte ich jetzt herausfinden ja nimm die maske mach mal einsetzen und nun hat der bau fahren dann steht für die art münzen sehr gut das ist krass aber er hat einen 1 gewürfelt und war weit weg margarita party das ist ein geiles game und was müssen wir machen einfach irgendwie auf genau du musst dich zum kettenhund schleichen aber nur wenn er schlägt wenn er aufwacht musst du stehen bleiben ja ok verstehe ja perfekt dann machen wir so verkackt wir haben alle verkackt wir haben alle verkackt er hat uns alle erwischt direkt in der ersten runde dg dankeschön was passiert jetzt schon mit heureka geil so ok leute so jetzt wird jetzt wird noch mal aber ich habe noch gut gespielt oder ich bin einfach am anfang wenn man den zwischenstand von sehr viel mehr nehmen würde am anfang es wäre einfach genau genau 1 2 inzidentisch wie in der ersten runde gefühlt zwei und vier uff ey ja aber es hat spaß gemacht was ich kann kein item kaufen aber die hunde dann fertig ist so ein bullshit elektroroller das ist das letzte spiel ne so wir müssen auch immer auf david warten ja ja das ist doch wieder ach dass wir hier mit mit ja sehr geil sehr geil david war letztes mal auch da der 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 hammer man dem wird gar nichts mehr gegönnt der geht schon gegen die fünf sterne das ist so da kann man abgeben noch irgendwelche mitleid sterne den münzstern kriegt er auch wenn wir jetzt gewinnen er hat sowieso fünf sterne alter wird nicht schön kann man auch einen sterne kriegen so für so richtig reingeschissen ich glaube den würdest die kriegen ich glaube mit dem mittel ich glaube auch dass ich den kriegen würde ey oh man ey aber die letzte runde natürlich ein bisschen besser was geht ja das kennen wir aber du bist schon wieder am land du bist dran du weißt was ich meine ja doch das war ein gutes spiel verdammte kacke ist keine chance holst auch zehn jahre aus zum schlag wie soll man das denn schaffen man wie soll man das schaffen ich will tutorial ja keine chance Keine Chance, keine Chance, keine Chance. Ja. Das ist behämmert. Das Game ist wirklich behämmert, verstehst du? Nur, dass er in letzter Chance hat. Oh shit, ey. Das wollten wir ja nicht können, in der letzten Runde. Ja, ist in Ordnung. Oh. Jungs, GG. Ja. Preisvergabe. Ja, mal sehen. So, mal... Hm, wer die Runde wohl gewonnen haben könnte. Hä, warum, wenn Krabu jetzt noch zwei Sterne bekommt? Ja, aber woher? Ja, woher, Digga? Soll ich mir die aus dem Arsch ziehen, oder was? Ja, Brotus-Sterne. 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 Oh. Ey, dann die K. Hä? Oha, okay. Münsterne. Die Auszeichnung für den größten Loser. Der Peach. Der, der, der Münzen-Stern. Erreignis-Stern. Erreignis-Stern. Auch Peach. Soll 6 Sterne. Bro. Ja, geil, ne? Es wird Zeit. Richtig spannend, Leute. Richtig spannende Ankündigung. Bowser der Zauberer. Er wird Chaos und Verderben bringen. Eyo, was meint ihr? Wer hat gewonnen? Ich glaube, ich. Ich bin mir nicht sicher. Das ist sehr knapp gewesen auf jeden Fall. Knappe Kiste heute. Spannende Runde. Oh, shit. Spannende Runde. Was macht denn der da für Schabernack? Pokus, Pokus. Boah. Hat er in den Frosch verwandelt, ne? Hey, Leute. Was geht? Ibims. Peach. Boa. Ritz. Guckuck. Hä? Ich hab gewonnen? Yo, cool. Oh, du bist die Retterin. Wie geil. Oh. Jetzt kann ich heute Nacht gut schlafen. Alter, das epische Zauberer-Battle. Bro, das sah grad aus wie bei Star Wars, ne? Das lässt Harry und Voldemort alt aussehen, ey. Junge, ich hab noch nie so einen epischen Kampf gesehen, ne? Bei Marvel können alle einpacken. Das ist Makenko Santo von Piccolo, ne? Schluck. Warte, was? Hat er grad Schluck gesagt? Jaja, und jetzt Gok Gok. Schluck Gok Gok. Keine Ahnung, was da abgeht, Bro. Ein epischer Anime-Fight. Oh, shit. Also. Ja, New Art is New Art. Ja, was ist das? Ich klei die gleichen Finger ab. Ja, bitte. Ey, wuuu. Du hast gewonnen? Puh. Du hast gewonnen, Dig, hast du dich, oder? Was? Ey, guck mal, für die Null Sterne 17 Münzen. Ey, 17 Münzen ist gar nicht so schlecht. Ich hab eigentlich mit weniger gerechnet. Guck mal, weniger als eine Münze pro Runde. Ey, wie kann das so ungleich verteilt sein, ey? Geisteskrank. Ja, was soll ich sagen? Ja. Ja. Wir lassen das einfach mit dem reden. Aber jetzt können wir schauen, was wir mit diesen scheiß Münzen machen können, ne? Ich hab keine Ahnung. Bei David hört's nicht mehr auf mit den Sternen. David hat fast so viele Sterne wie ich Münzen. Alles richtig gelaufen. Oh, shit, ey. Ey, Chat, tut und klärt uns auf, was kann man mit den Münzen machen? Das würde mich wirklich mal interessieren. Mal neue Minispiele freischalten. Geil. Das würde mich wirklich interessieren. Geh mal auf Minispiele. Das war ja das Links mit den Münzen da links. Ja, drück mal drauf. Jungs, werdet ihr noch dabei für eine 50er Runde? Kleiner, oder? Ist doch ganz schnell. Wir waren schnell. Ja, schau, dort ist der Lachs. Ah, warte. Der Lachs. Da kann man Geld ausgeben. Ja. Deine Spardose. Was kann man mit der Spardose? Geh mal in die Mitte. Was ist das? Rekordflasche? Alles aus. Ah, Minispiele. Schau, hier kannst du die Minispiele kaufen. Echt? Ja, und deswegen können wir jetzt auch erst richtig anfangen zu zocken. Ja. Hä, das ist ja voll geil. Ach, ey. 2 vs. 2. Ah. 4-Spieler-Minispiele, da sind 16 drin. 2 vs. 2 sind 7 Minispiele. Und 1 vs. 3 ist 9. Mach das 4 Spiele, ja. Ja, kauf einfach alle. Hä, ohm, Scheiß, das ist ja voll geil. Hä, mega. Ja. Kugelchaos. Aber das Skateboard haben wir doch. Ja. Das haben wir noch nicht gesehen. Rennbahn, schau mal wie gerade. Ja, Rennbahn, Fahnen, doch, das Fahnenwirrwurr haben wir. Und das haben wir auch. Aber, ach so, du kannst die Spiele für den Modus hier kaufen. Aber, aber für das Ding wird es random. Ja. Ich muss ganz kurz rauskommen gleich. Ja, aber wir haben halt echt, wir haben halt echt viele Minigames noch nicht gesehen, ne? Ja, leider. Wobei jetzt gegen die Hände? Dafür werden wir den nächsten Stream alle wieder sehen. Ja. Ja, crazy. Puh. Ja, auf jeden Fall. Na, bruh. Alright. Ja, Freunde. Ciao aus dem Wald. Not in right. Ich würde sagen, jetzt geht es erst richtig los, oder? Das war der Abend. Habt ihr noch alle Kraft? Habt ihr noch alle Lust? Du, das muss David entscheiden. Wie spät ist es? 22? Ich muss morgen raus. 5 Uhr. Easy. Ja, ne, ich glaube, wir müssen langsam abdampfer machen. Aber es läuft nicht weg. Also es funktioniert ja und das passt doch. Ja, ey, sowieso. Also Jungs, das ist richtig viel Spaß gemacht. Gerne mal wieder und sonst auch mal hier auf der Couch. Ja, gerne. Alles zusammen. Alles zusammen machen wir. Yes. Und an die ganzen Leute im Chat. Ich hoffe, es hat euch, ich hoffe, es hat euch gemundet und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Trotzdem ist es ein sehr altes Game ist. Was hast du gesagt? 1999? Genau, das stand 99 und 2000. Uralt. Das ist schon, das ist crazy. Nein, also es hat sehr viel, es ist wirklich nice. Also das Spiel hat echt Spaß gemacht. Also Real Talk, es hat mir mehr Spaß gemacht, als jetzt irgendwie Mario Party Superstars. Ja, ja, doch. Aber, aber Digi, das ist das, was ich immer nie, das ist das, was ich nie verstehe. Die neuere Mario Partys, die fühle ich irgendwie nicht. Also, ich habe mich, ich habe immer in Erinnerung, dass ich mit Mario Party richtig viel Spaß hatte. Und die neuen haben mich nie mehr so geflasht. Ja, ich fühle es. Ey, und genau dieses Phänomen, was du jetzt gesagt hast, habe ich komplett bei Pokémon. Krass. Wirklich. Jetzt, jetzt driften wir ab. Na, ich sag nur, ne, das ist wirklich, keine Ahnung, das ist einfach dieser Nostalgiepunkt richtig. Auch, gut, okay, du feierst die neuen Spiele auf jeden Fall. Aber bei mir ist das so, keine Ahnung. Einfach die, die älteren Spiele, alles bis, ich sag mal, Sonne und Mond, die danach kamen. Habe ich auch gespielt, das waren Spiele, die so, ich sag mal, die bewerte ich so einzeln. Das zähle ich nicht mehr zum richtigen Pokémon-Ding, weil für mich ist einfach so dieses, die ganz alten Spiele, einfach komplett weiße. Das ist genau das gleiche Prinzip wie jetzt hier in Mario Party, glaube ich. True. Also, vom Ding her. Naja, das kann sein. Kann sein. Auf jeden Fall, ey, danke schön, Jungs, dass ihr mitgespielt habt, wirklich. Ich habe mir sehr gefreut. Das hat über Spaß gemacht, ehrlich. Äh, mal so ein Stream endlich mal, keine Ahnung, gebacken zu kriegen, weil... Ja, keine Ahnung. Ja, aber ohne Scheiß, die Konstellation ist doch einfach geil. Ey, es hat, wie gesagt, es hat ultra viel Spaß gemacht. Ja. Ich weiß nicht, Krabu, wie oft warst du schon im Streamen bei Sefi mit dabei? Ja, viel. Früher, früher sehr oft, mittlerweile nicht mehr so oft, aber auch ab und zu mal noch. Ja, ja, ab und zu mal. Ne, das macht immer Spaß so was. Das ist mal was anderes halt, ne? Es ist nice. Alright. Geil. Ja, Freunde. Sehr, sehr gerne wieder auf jeden Fall. Yes. Ebenfalls. Dann hören wir uns, äh, Bart mal wieder, ne? Stay cool. Spätestens im Januar sehen wir uns ja sowieso. Und David, ich habe gehört, wir machen demnächst mal noch, äh, Kollabo irgendwas. Pokemon-mäßig. Ich schreib das später mal, dann machen wir jetzt die Pläne. Ah. Yeah. Alright. Erst im Zeit für Kollabo Fortnite haben wir gehabt. Ne, ich freue mich dabei. Aber, pscht, ich weitersagen. Naja. Alright, Jungs. Sehr, sehr schön, macht's gut. Ey, geil, geil, geil. Macht's gut, ja. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020